hallo liebe zuschauer und willkommen zu einem neuen video zur abwechslung mal wieder ja jetzt ist jetzt einige tage her dass ich mal wieder was gemacht habe und ja ich habe mir gedacht setz dich doch mal wieder hin und mach mal wieder ein bisschen was ich habe was rausgesucht mal wieder beantworte ich ein paar fragen diesmal machen wir das aber so dass wir gleich mit eurer meinung verbinden ja wenn ihr das hier nicht mehr wollt dass ich mich hier hinsetze und diese diese fragen beantwortungs dinger mache die fragen sind es diesmal ja noch nicht mal wir gucken uns einfach listen an mit filmen und ich sagte meine meinung dazu ist jetzt keine direkten fragen aber ja auch diese fragen videos die ich gemacht habe würde ich eigentlich weitermachen wenn mir noch irgendwas einfällt wenn ich dann irgendwas finde ja aber wenn ihr das nicht mehr sehen wollt dann schreibt mir das jetzt bitte in die kommentare ja wenn ihr sagt nee komm slain die ganze scheiße die du da machst das ist nur noch langweilig ja dann höre ich mit diesen listen und meinungsvideos erst mal wieder auf und dann gibt es einfach nur album reviews aktuell ist nichts passiert ich es gibt nichts was ich euch groß erzählen kann abgesehen davon dass weiter wieder zu hause ist und ja ich schaue halt filme fürs nächste feedbacks wenn alles klappt wenn nichts schief geht nicht auch irgendwas dazwischen kommt oder weiß ich nicht man weiß das ja nie ne dann drehe ich das am sonntag ihr werdet es dann sonntagabend wahrscheinlich oder sonntagnacht sehen können dann je nachdem wie ich das zeitlich schaffe das aufzunehmen weil es viel wahrscheinlich welche wieder morgens ein bisschen paar stunden drehen und abends ein paar stunden drehen und das dann zusammenschneiden so wird das wahrscheinlich wieder dann laufen was wieder viel ist was ich da geguckt habe und noch am gucken bin ja also ich habe es ja schon gerade erzählt weiter ist wieder zu hause mehr oder weniger die von elysium die machen dann auch noch vor der einäscherung ein pfoten abdruck da waren dann zwei drinnen also in dem ja in der in dem paket wo die urne drin war die steht jetzt bei meiner süßen die urne die hat da im arbeitszimmer so einen kleinen schrank da steht jetzt dann die urne drauf und dann auch noch mal der pfoten abdruck ich weiß gar nicht wer das original hat ich glaube sie hat das original ich habe nur die kopie ich weiß es gar nicht ich habe es noch nicht rausgeholt will ich auch nicht aber naja egal vielleicht kommt noch irgendwie ein bild dazu weiß ich noch nicht ob sie noch was hinstellen will und ja es gibt auch ein bild dazu falls ihr euch interessiert dafür und ihr uns auf facebook folgt ja das gibt auch auf facebook ein bild da hat sie das fotografiert und ja es ist eine schwarze urne einfach relativ schlicht und einfach ein paar weiße pfoten drauf so schräg rüber als wäre dann keine hunde welt drüber gelatscht so ein bisschen ja und gut es waren noch zwei kleine wie sagt man fiolen dabei so kleine glas dinger mit so einem deckel drauf mit ein bisschen extra abgefüllte asche ja weil eine eine also ein inhalt davon wollen wir verstreuen habe ich ja schon mal erzählt an seinem lieblingsort was die längeren spazierrunden angeht über land und das andere das kommt in den garten wir haben schon ein beet dafür hergerichtet ja witzig war der zufall meine meine freundin hat halt also mel hat halt dafür ein paar blumen gekauft die sie schön findet primeln ich weiß gar nicht genau wird auch kein scheiß erzählen aber eine weiß ich halt weil sie hat sie mich im nachhinein darauf aufmerksam gemacht sie hat sie hat eine blume gekauft die sie einfach schön fand wo sie gar nicht groß auf den namen geachtet hat die soll da auch mit rein die ist da jetzt auch mit drin und da hat sie erst im nachhinein herausgefunden diese blume heißt tränen des herz ja wenn das mal kein zufall ist ne ja und da kommt dann noch in ein kleines wir müssen irgendwie versuchen irgendwie ganz kleinen winzigen holzkasten irgendwo herzukriegen vielleicht für wo man einen ring reintut zum beispiel ne hier willst du mich heiraten oder sowas ne gibt es ja wahrscheinlich irgendwo keine ahnung wo geht man dafür hin wenn man sowas kaufen will ein kleines mini holzkästchen ja das soll jetzt ich habe ich habe zwar hier von von also einigen deko dingern meine freundin hat mir mal so ein glasherz geschenkt wo dann wir beide rein 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 graviert sind wie so ein hologramm wenn man es gegen das licht hält so ja da habe ich noch den kasten voll aber der erst dann halt ja so groß ne so das ist ihr zu groß sie möchte ein ganz kleines da müssen wir mal gucken wo wir sowas herkriegen sollen da kommt dann die asche rein und das wird dann da in diesem beet unter diesen blumen vergraben denn weiter hat den garten über alles geliebt aber naja warten wir mal ab was die nächsten monate bringen wie lange wir noch kauen an der sache und vielleicht dürft ihr ja alle mit uns zusammen ein neues kleines welpen baby mal begrüßen in der familie und dann geht der ganze bums von vorne los mal gucken was da dann so war alles rauskommt was es dann für neue abenteuer gibt ich bin dafür bereit ich bin dafür auch offen ich bin der letzte der sagt auch nicht schon wieder die ganze ja ich meine das ist natürlich dann irgendwann kommt dann auch da wieder der tag natürlich das wird dann auch wieder eine schwere zeit aber das ist immer so wenn jemand geliebtes geht ob das jetzt mensch oder tier ist jedenfalls ist das bei mir so deswegen bin ich ja auch so froh damals mein mein kater tiger oder unser kater der ja wie gesagt eher ein hund war oder eben gar viel ja keiner weiß ja was mit dem damals passiert ist der war einfach plötzlich weg und kam nicht mehr nach hause er war schon mal paar wochen weg da dachten wir auch schon ja das war es da kommt das war es denn jetzt mit katze ne kater ähm und dann plötzlich komme ich von der schule nach hause und meine mutter sagt guck mal in der essecke wer da auf der fensterbank sitzt ja und dann war er wieder zu hause ist wieder nach hause gekommen war auf der mauser oder was keine ahnung das war dann auch sehr schön weil das war kurz vor den sommerferien und ja nach diesen sommerferien war dann war dann verschwunden soweit ich mich erinnere und kam dann auch gar nicht mehr wieder ich möchte auch gar nicht wissen was da passiert ist das ist so glaube ich dann doch ganz besser irgendwie als wenn du weißt das hier war krank oder furchtbarer unfall oder möchte gar nicht wissen aber ja gut so das jetzt kurz zum privaten mehr kann ich nicht erzählen da gibt es nicht neues bei uns das ist einfach so ja dröppelt alles so ein bisschen vor sich her und irgendwie ist so ja wie soll ich das beschreiben es ist alles so ein bisschen emotionslos bei mir derzeit ja irgendwie weiß ich nicht die ganze alle also alle meine hobbys betreibe ich zwar im großen und ganzen schon noch aber die leidenschaft ist wie ausgebrannt zweck wisst ihr was ich meine normalerweise wenn ich jetzt irgendwie beispiel ich kann ja mal ganz kurz meine liste hier rein gucken wenn ich jetzt feststelle ah die und die band ich bin ja riesen musik fan bringt neues album ja da habe ich jetzt zuletzt festgestellt dass was was habe ich denn hier habe ich das gar nicht notiert nicht doof egal ich habe auf jeden fall zuletzt eine band entdeckt die heißen snake bite das ist richtig schöner retro hair metal kram so ein bisschen bisschen heavier auch gerne mal und das fand ich ziemlich geil normalerweise bin ich dann immer so impulsiv ah geil neue band entdeckt stark cool gleich haben will ja sommer kommt ja jetzt vielleicht irgendwann dann auch mal nach dem scheiß april durch den wir jetzt noch durch müssen april april dann macht das wenn er was es will ja dann kommt ja die wärmere jahres hat endlich hoffentlich und da passt so eine musik ja rein was heißt hoffentlich ich persönlich mag es ja nicht so warm aber ich habe schon irgendwie ein bisschen bock auf dieses sommer feeling auch dann passt das auch wieder mit der mit der eingängigen rock musik die ich dann vermehrt höre und da habe ich bock drauf die stimmung da habe ich bock drauf die scheiß hitze ja die könnte man immer gerne ja gibt es auch irgendwo sommer mit minusgraden da ziehe ich hin ja aber ja gut so ihr wisst was ich meine ja alles gar nicht ich habe nichts gekauft nichts bestellt eine eine band habe ich bestellte mich dann doch ich weiß nicht warum aber irgendwie war das so so ja komm bestell die mal ja ja das war es ein einziges album seit wann habe ich das letzte mal was bestellt seit drei monaten das kann ja nicht sein seit zwei monaten ungefähr dann normalerweise bestelle ich fast jede woche eine cd wenn möglich ja weiß ich nicht filme wie gesagt ich gucke sie ich schreibe sie auf aber so richtig feiern dass ich jetzt aber das ist ein geiler film oder so ist irgendwie die begeisterung ist da irgendwie man macht es nur man funktioniert irgendwie gerade aktuell so irgendwie kennt ihr das ja zocken habe ich aktuell überhaupt keine lust allerdings nächste woche da hat meine frau frei urlaub eine woche und da geht es dann los da wird dann spiele getauscht die spiele die ich gar nicht brauchen kann weil ich gar nicht die systeme dafür habe und ich habe auch einige sachen die einfach niemals spielen werde weil es nicht mein genre ist ich habe auch hier und da ein bisschen reingespielt und einige spiele die ich noch habe wo ich dann gesagt habe ja komm das ist überhaupt gar nicht das ist überhaupt nicht deine welt ja und das kann dann weg das tauschen alles ein und hier ja mir ist auch bewusst dass ich dafür nicht die summe bekommen werde was heißt summe ich will ja eh kein geld wir tauschen aber dass ich nicht den wert bekommen werde die dinger im netz wert sind wenn du dir jetzt wenn du dir jetzt die mühe machst das alles online reinzustellen und da dann zu verkaufen sondern im tausch dass es natürlich dann sagen wir jetzt mal alle spiele zusammen ergeben fiktive summe 100 euro ja dann kann ich maximal was aussuchen für ein drittel davon 30 euro oder so wahrscheinlich weil die ja geld ordentlich kohle verdienen wollen ob das dann fair ist ja das könnt ihr mir immer in die kommentare schreiben was ist denn ein faires tauschverhältnis 50 50 oder eher so 25 prozent von dem was es eigentlich wert wäre nehmen wir jetzt mal bleiben wir jetzt mal bei den fiktiven 100 euro ja wobei ich glaube bei der menge das ist ich kriegst gar nicht alles in eine kiste so viel ist das ein bisschen mehr als 100 euro sein aber ja wenn wir dann sehen ja das gute ist halt die spiele die er da hat die bietet er teilweise an für unter zehn euro da kann ich mir dann schon ein paar mehr aussuchen vielleicht wenn ich glück habe ich werde ja sowieso alten scheiß dann raussuchen die wahrscheinlich sowieso keiner haben will weil es unbekannt ist also diese großen chart spiele die großen bekannten will jeder haben sachen die interessieren mich nicht mal aber ja gut werden wir dann sehen wenn wir dann ich werde euch dann update machen vielleicht ja aber ich gehe nicht davon aus dass ich viel dass ich dafür raushol aber ich habe dann den kram weg ich will hier endlich mal ein bisschen ordnung in die bude kriegen und das geht vor allem das schlafzimmer drüben ist ein chaos könnt ihr euch nicht ausdenken das ist peinlich fast schon du machst ja schon keinen mehr reinlassen in die bude das will ich nicht ich möchte nicht dass das hier irgendwann so wird wie die bude damals wo ihr die alten videos wo ich jetzt hat ja die intros wieder hochladen aber wenn ich mir die intros anguck von damals die sind ja teilweise schon irgendwo lustig die mal wieder zu gucken ist auch irgendwie schon ein bisschen nostalgisch beinahe ja ich gucke sie ja jetzt dann halt dadurch mal wieder auch mal an selbst wenn ich dann mal die bude sehe alter ist mir kalt den rücken runter da habe gewohnt über jahre das ist schon und ich möchte das nicht dass es hier wieder so wird ich sag's euch wie es ist ich fühle mich wohler wenn ich morgen 13.30 mache ich mich morgen auf dem weg meine freundin muss morgen ein bisschen länger arbeiten kommt erst um 14 uhr ungefähr nach hause ja und wenn ich dann unten bei ihr in der wohnung ankomme und da auf der couch sitzt da fühle ich mich zehnmal wohler als als hier wegen der unordnung allein wegen nicht wegen der bude selbst ich mag meine bude klar meine ganzen sachen sind hier um mich herum das ist es spiegelt ja ein bisschen auch meine persönlichkeit wieder und nein nein nicht die unordnung spiegelt meine persönlichkeit das ist ja das was ich weg haben will aber ja es ist halt wenn du so viel kram hast ja wo willst du es lassen das ist ja nicht ich habe auch ein bisschen angst jetzt ich meine wenn ich jetzt dann jetzt das regal da hinten baue es geht dann ja auch los nächste woche wir werden dann den baumarkt fahren mit meinem papa vorher noch mal alles durchmessen hier zusammen und dann geht das los wie lange das alles dauert bis es zusammengebaut und angemalt ist das gucken wir dann mal sie dann zeigen ja vielleicht klappt es ja aber noch im april drückt die daumen ja trotzdem wird ja auch dieses regal irgendwann mal voll sein und ich werde dann auch sortieren müssen und dann dann blutet mir wieder das herz das war nämlich schon in der alten wohnung so dass du halt aussortiert und sachen in den keller tust wo du das ja ist ja eigentlich ein geiler film ich möchte da nicht hier oben stehen haben aber ja ich muss doch ich brauche platz das ist so der fluch des sammelns und auch da drüben mit cds hört bloß auf wie viele cds da in kartons sind wenn ich das alles mal sortieren soll junge da habe ich ja eine woche zu tue welche woche offline das alles nochmal einzusortieren weil da drüben ist auch platz für ein weiteres regal ja da stehen jetzt aktuell die ganzen umzugskartons mit filmen die ich noch gucken muss filme der schande ne die sollen irgendwann weg weiß nicht was ich da damit mache wo ich die denn hinlager es zum verrückt werden eigentlich ja aber da kommt dann auch noch mal ein großes regal hin dann kann ich einige cds endlich mal weg sortieren ich weiß nicht sieht man das da so ein kleines bisschen da ist ein so ein cd stapel ne da stehen dann ganz viele weitere daneben ja und auch drüben stapelweise und dann habe ich einen großen umzugskarton der ist bis zum rand voll mit cds alles ungehörte cds also ich habe die gehört so reingehört was das ist und auch schon mal so ein bisschen hier immer random ich mache das ja immer so wenn ich eine neue cd reinbekomme wie gestern gestern hat mir meine freundin einfach mal so eine cd gekauft das ist auch immer wieder überraschend aber es passiert ja es gibt eine band die hat sie jetzt entdeckt die findest du halt geil und die heißt terra atlantica die alben kriegst du aber nicht mehr von denen es gibt drei alben das aktuelle das haben wir jetzt gefunden für einen neuen preis die anderen musst du über die homepage von denen wahrscheinlich bestellen ich habe keine ahnung aber ja die hat sie jetzt die aktuelle bestellt einfach weil sie die selbst auch gerne natürlich im auto haben möchte und ich kann sie dann eben auch haben ich habe die noch nicht mal digital da also für radio und das ist der brückenschlag wenn ich ein neues album reinbekomme dann digitalisiere ich das natürlich und ich nutze das dann halt auch im radio und spielern auch in den folgenden sendungen nachdem ich ein album reinbekommen habe meistens songs aus diesem aus dem neuen album im radio in den nächsten wochen immer wieder mal auf diese weise kleckerweise hört man die alben dann durch aber halt nicht am stück ich tue die trotzdem auf halbe irgendwann hörst du die am stück durch da komme ich in meinem ganzen leben nicht mehr zu ich habe so viele cds auch im keller habe ich umzugskartons voll voll mit musik cds die ich noch durchhören muss am stück da komme ich in zwei leben nicht mehr zu vergess es ja aber es wurde von einem lieben zuschauer oder sogar waren sogar mehrere weiß ich gar nicht mehr angeregt dass man ja eigentlich das ist das das ganze musikalische thema auch in feedbacks form machen kann das heißt ich nehme einfach zehn cds raus höre die so nach und nach durch ohne dass ich jetzt auf jeden einzelnen song eingehe ja notiere mir jetzt nicht jeden einzelnen song und ne wie meine klassischen reviews sondern mach dann so zehn alben und sag in kurzform was mir am besten gefallen hat und ein bisschen so infos über die band oder was weiß ich wenn es da irgendwie eine anekdote zu sagen gibt das ding ist wisst ihr warum ich das immer nicht gemacht habe ja weil ich immer glaube die leute interessieren an scheiß was ich über musik sage ich mache diese cd reviews eigentlich für mich aus leidenschaft zur musik teilweise habe ich sie auch gemacht für bands die mir dann lieberweise irgendwie ein album zugekommen haben also ey mensch deine reviews gefallen uns wir haben da auch ein kleines album äh würdest du das für uns reviewen ja natürlich wenn das meine stilistik ist wenn ich das wenn das jetzt nicht irgendwie ein genre ist wie metalcore oder sowas wo ich wirklich sage ne komm da kann ich nichts mit anfangen da kann ich nur drauf rumkloppen wenn ihr das wollt schickt es mir trotzdem dann kloppe ich halt drauf rum mache ich auch da habe ich auch keine schmerzen mit müsst ihr dann aber auch durch ne aber ja und da freue ich mich natürlich das ist natürlich auch so ein ding aber das passiert im jahr einmal vielleicht zweimal wenn es hochkommt das war es dann ja aber ich mache es gerne und ich habe da spaß dran aber ja wenn ihr das wirklich wollt dass ich die also dass ich einfach mal ältere alben aus dem regal ziehe wo die noch durchzuhörenden alben und ich kleckere die dann so nach und nach durch und wenn ich dann zehn zusammen mache ich da ein video drüber schreibt es in die kommentare ja aber da muss dann auch wirklich anklang sein dass das auch wirklich mehr als zwei drei leute sehen wollen weil das ist ja sonst weiß ich nicht aber ja weiß ich nicht das sind so das sind so die die platzprobleme die ich hier halt so habe ja und diese organisationsprobleme das geht mir auf den nerv ich glaube das ist auch ein bisschen so diese diese unordnung und damit nicht fertig zu werden ist auch so ein bisschen psychologisches ding dass es einem dann auch nicht so gut geht wie es einem gehen könnte wenn man einfach genug platz und alles ordentlich sortiert hätte es ist dann auch leichter sauber zu halten wenn alles sortiert ist natürlich ne das ist der nächste punkt aber naja jetzt haben wir mir ganz schön festgebissen hier eine viertel stunde auf dem scheiß naja gut dann haben wir jetzt mal auf und fangen jetzt mal mit dem eigentlichen thema an nämlich filme ne das fliegen seit ja wahrscheinlich hier ich werde ja wahrscheinlich irgendwas passendes in die kommentare in den album titel in den videotitel schreiben mein gehirn muss erstmal um switchen von musik auf film so jetzt los klick gut ja also ich habe euch folgendes rausgesucht wir gehen in den reaction bildschirm da haben wir das ganze es sind drei listen a 100 ja ich weiß nicht das hier weiß ich nicht wie viele das sind aber mindestens 200 filme kommen dann jetzt von der seite timeout keine ahnung äh die 100 besten filme aller zeiten und da haben wir hier nachher am ende noch die 100 besten horrorfilme aller zeiten und da will ich jetzt mal durchgeben wie viele ich davon dann wohl kenne und vor allem auch habe ne und in der mitte haben wir hier so als zwischenpuffer die besten filme von 2024 bisher ja ein bisschen was zu lachen brauchen wir ja auch und ich brauche ja auch ein bisschen was zu motzen ne sonst wäre es ja kein richtiges lane video ja dann fangen wir mal an so scrollen wir uns jetzt hier durch ich habe jetzt keine ahnung ich habe hier gelesen ich habe hier nicht nicht rauslesen können ob das jetzt hier als erstes die 1 platz 1 ist oder platz 100 ich meine ranking würde ich auf einer homepage immer mit 100 anfangen damit es immer spannender wird oder nicht und nicht schon mit platz 1 mal wenn das dann so ist dass der letzte platz platz 100 ist dann ist platz 100 nämlich 2001 space odyssey kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen wir warten mal ab was auf platz 100 dann kommt ja das muss ja wesentlich schlechter als 2001 sein oh das bewegt sich nicht drauf zieht spieken haha ja ok ja 2001 space gott ist der schon so alt der ist von 1968 okay ja habe ich nicht habe ich nie besessen diesen film weil mein vater den ich mag ich habe den gesehen mehrmals im fernsehen allerdings dann immer nur in auszügen ne und natürlich als wir den einmal gesehen haben einfach zusammen mein papa und ich zu videokassetten zeiten ne und den zweiten hat er dann nie nie überhaupt gar nicht erst gar nicht erst gar nicht erst die finger dran gelegt jetzt weiß ich ja durch chris dass der auch scheinbar ganz gut ist der zweite teil ne 2010 den habe ich auch in einem snapper auf dvd freue mich auch drauf den irgendwann mal zu gucken werde mir aber vorher den hier mal zu legen und dann werde ich wahrscheinlich bei den folge gucken ich weiß muss man nicht möchte ich aber ich möchte dann gerne wissen wie das dann so nacheinander direkt wirkt ich bin da so ich wenn ich jetzt hier zum irgendwie ein film liegen hätte nur teil 4 sagen wir jetzt mal ja dann gucke ich den nicht auch wenn das jetzt wirklich filme sind die in sich eigentlich geschlossen sind nee dann möchte ich erst die ersten drei haben und dann gucke ich alle ja ich habe zum beispiel hier irgendwo habe ich hier das müsste sogar hier irgendwo liegen ne nee das habe ich weggetan irgendwann mal irgendwo habe ich auf dvd in so einer papphülle phantasm 1 und 2 aber wirklich nur 1 und 2 und ich weiß es gibt äh 5 4 ich weiß nicht wie viel gibt es denn eigentlich ja ja und wenn ich die reihe gucke dann will ich auch die ganze reihe gucken und nicht bei 2 aufhören dann 3 jahre lang gar nicht mehr und dann irgendwann hast du mal teil 3 4 5 und dann guckst du von vorne oder was nee da warte ich dann bis ich die immer mal zusammengekleckert bekomme auf irgendeine art und weise da musst du ja dann auch aufpassen die sind wahrscheinlich auch wieder alle geschnitten nee 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 ja aber naja das ist auch so ein ding naja gut dann kommen wir jetzt hier zu der Pate das ist natürlich klar äh ja meiner Meinung nach also achso ja meine Meinung zu 2000 äh 2001 übrigens ähm ich hatte den äh wann hab ich den jetzt das letzte Mal gesehen das kann ich gar nicht mehr sagen das war auf jeden Fall noch in der alten Wohnung in dem Fernsehen halt wo ich dann auch wirklich sagte ich meine oh pff okay äh mein Vater mochte den jetzt zwar nie aber ich glaube wenn ich den damals unironisch geguckt hätte und vor allem nach dem heutigen Standpunkt äh ja dem damals in der alten Wohnung heutigen Standpunkt ist das ja eigentlich gut gemacht das Ding das passiert ja aber nichts und ich hab denen auch das Interesse verloren weil ja macht ja kein Alien Monster mit ne im Science Fiction Film muss bei mir immer ein Alien Monster mitmachen oder irgendwas ne ist wirklich teilweise so also ich 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 Meisterwerk ja aber das reizt mich jetzt nicht so dass ich jetzt unbedingt sag boah die stimmt die gibt's ja auch noch boah den muss ich mir unbedingt kaufen ne so ähm Gottfader ja wie gesagt bei der Pate überhaupt der ganzen Pate reiht mich raus es ist nicht meine Welt ganz einfach ja ähm zu Videokassettenzeiten als ich angefangen habe asiatische Filme zu sammeln ähm bin ich voll abgefahren mal eine ganze Zeit lang also wirklich über Jahre hinweg auf diese ganze Yakuza-Sache und in dem Bereich dann eben auch da gab's dann eine Doku-Reihe waren das zwei oder drei Videokassetten von Astro namens Mafia und die gab's ganz günstig bei uns in der Stamm-Vidiothek Jüng so hieß die Hüter-Leber kann ich ja sagen äh und äh in der 18-Abteilung alle drei zusammengeklebt mit so Tesa einfach ringsherum ja und da konntest du die weil die das waren Ladenhüter die standen im Regal im Verleih in der 18er und keine Sau hat die ausgeliehen kein Schwanz hat sich für Mafia als Doku interessiert und dann wurden die rausgeramscht hab ich sie mitgenommen weil es ja Astro ne Blaurücken VHS das muss ja unglaublich hart sein ist ja Astro ne ja ja ich meine was da gezeigt wird ist fies teilweise ja die Härte-Highlights sind halt Missbrauch von Kindern ja also die nehmen dann ganz kleine Kinder die Mafia-Typen dann und dann siehst du halt wie sie denen die die Arme und Hände auf den Rücken biegen ja und denen damit dann damit sie Blessuren haben und dann sollen sie halt betteln gehen auf der Straße für die Mafia das war so eine Methode die da gezeigt wurde und ein anderes Ding war halt als dann halt in ich glaube das waren tatsächlich drei Kassetten ich weiß es aber nicht mehr genau ein Teil ging dann wirklich hauptsächlich um die Yakuza was mich dann halt auch gereizt hat das halt eben deswegen auch zu gucken und da siehst du halt tatsächlich wie sich jemand das ist ja so wenn du in Ungnade fällst musst du dir als Strafe selbst einen Finger abschneiden mit einem Katana ne und das macht dann halt einer da das geht überall geht aber nicht wie im Film zack ne das wird das Katana also der 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 Mittelfinger der kleine der nicht der Ringfinger der kleine Finger sagt man hat ja einen anderen Namen der kleine Finger sagt man oder wird halt hingelegt das Katana wird mit der Schneide nach unten draufgelegt und dann wird immer mit dem Finger draufgeklopft bis das Ding durch ist nicht hack und und durch oder so ne also jedenfalls da in dieser Doku war das so aber ja gut das zeigen sie halt ne das war es dann ich glaube viel härter wurde es da jetzt nicht kann mich jedenfalls nicht erinnern ich glaube die zeigten noch irgendwie was mit Totenschädeln in denen Drogen versteckt werden oder so ich weiß das gar nicht mehr genau ist ja ewig her ich habe mir die einmal angeguckt und habe sie ins Regal gestellt und wieder vergessen im Grunde genommen aber dadurch bin ich halt dann auch so ein bisschen auf diesen Hype gekommen ja kannst du ja auch mal andere Mafia Filme in die Sammlung holen wenn du ja schon bei Yakuza da so dich da ne und dann hatte ich halt dadurch habe ich mir halt die Pate Filme dann halt auch mal geholt und nach dem ersten den habe ich mir mal angeguckt war ich raus wieder die anderen Teile habe ich mir die angeguckt ich habe dann noch Casino und wie heißt der andere noch Goodfellas gesehen fand ich genauso schnarchig ist überhaupt nicht meine Welt tut mir leid großartig besetzt auch gut gefilmt und gespielt und keine Frage aber wenn das Thema dich nicht abholt ja dann ist das einfach so und ich weiß nicht warum das bei Yakuza Filmen anders ist auch heute noch kann ich mir nicht erklären ich weiß nicht was das ist weil es da düsterer ist oder bösartiger härter äh konsequenter die haben ja die sind ja so dermaßen gnadenlos eiskalt weiß ich nicht und das dann auch verbunden mit so Anti-Heldentum ne das sogenannte Heroic Bloodshed mag ich dann ja halt auch weiß ich nicht was es ist was mich da mehr abholt ganz komisch aber naja gut so dann Citizen Kane ja jetzt kommt's hab ich nie gesehen hab ich nie gesehen ist das nicht auch so dass der kein richtiges Ende hat oder keine richtige Auflösung das ist ja irgendwie alles nur ein Verwirrspiel hoch 10 und die raucht hinterher die Birne so eine Filme kann ich nämlich eigentlich gar nicht haben aber das ist ja ein absolutes Meisterwerk und muss man gesehen haben ne hab ich nie gesehen und da hab mich auch nie interessiert hab mich nie gereizt dafür aber ja ähm was haben wir hier was Jiren Dielmann 23 Quaidu Commercial was was soll er denn sein feministisches Masterpiece oh jetzt geht's ja los hier jetzt geht's ja los jetzt geht's ja los jetzt muss ich mal gucken gibt's das in Deutsch gibt's da einen deutschen Titel für wir schauen jetzt mal und machen uns hier separat die OFDB auf das hier dann oder was ja das ist gut kann ich halt nicht kennen das lief im Fernsehen das war's original mit Untertitel ja aber hier einer der besten Filme aller Zeiten ne so gut dass es den nur im Fernsehen und ja in der Frankreich auf Blu-Ray gibt halt hier noch nicht mal mit Coverabbildung so gut ist dieser Film den musst du gesehen haben ja muss bestimmt ich rieche hier schon wieder verkappte Wokisten hier die die Seite hier gemacht hat warum erwische ich eigentlich immer solche Seiten kann man das mal einer beschreiben kann man mal einer sagen woran das liegt ok ja ja und dann kommt also besser als besser als hier hier Indiana Jones ist das hier ja oder es wird immer besser dann ist es besser als der Pate und Citizen Kane also hier dieses John Dealman ja also Raiders of the Lost Ark Indiana Jones gehen alle die Filme ja ok ich meine der Neueste nicht für mich gehen sonst alle ja auch der Vierte mir scheißegal der hat mich unterhalten er hat er ist der Schlechteste der Reihe ganz klar aber ich finde den Film nicht scheiße ich kann mich nicht hinsetzen und kann nicht unironisch sagen dass der Film scheiße ist nein nein denn Indiana Jones ist in dem Film immer noch Indiana Jones und der Film hat gute Momente und zwar viele er hat auch Scheißmomente ja auch viele aber nicht so viele wie der Fünfte aber ja es ist halt eine ikonische Reihe und ja ich habe es auch in der Sammlung nur den Vierten halt den Fünften halt nicht und das kommt mir auch nicht ins Haus das Ding selbst wenn ich den irgendwann mal in einem Mystery Paket habe ich habe den inzwischen gesehen im Film ja geht ja so wieder raus so ähm was ist das La Dolce Vita habe ich glaube ich nie gesehen ist mir aber vom Namen her ein Begriff das ist halt so Liebesschmonzettenkram wahrscheinlich ne warte äh ja Paparazzi was die Welt der Paparazzi okay naja so ähm die sieben Samurai hatte ich mal hier also hier zu Besuch ne auf dem Papierchen nein alter ich hatte den Film mal auf DVD hier es gab nämlich mal im im TV etliche Akira Kurosawa habe ich das richtig gesagt wo steht der Name von dem hier was ist das denn hier steht ein Bericht darüber steht da Kurosawa ja richtig äh die hatten einige einige auf DVD so eine Edition die sahen fast alle gleich aus die Filme nur das Cover war halt immer ein bisschen anders diese ganze da war die sieben Samurai war dabei äh äh wie heißt der jetzt Yojimbo ähm irgendwas mit einem Spinnenwebwald und noch zwei weiter ich weiß noch dass das dass das fünf Stück waren die ich da mitgenommen hab und nie nie groß rausgefunden hab ob es ob es noch mehr gibt aber ist ja auch egal und die hab ich mir alle mitgenommen und angeguckt hab ich nur äh hier Yojimbo weil darauf basiert ja auch Last Man Standing zum Beispiel und ähnliche Filme ne da wurde ich das Original auch wirklich mal zu sehen und ja dann hab ich dann irgendwann einfach ja das sind die alten Schwarzwald Filme dann hab ich die wieder abgestoßen ich Idiot das sind dann so Entscheidungen die triffst du einmal und dann ängerst du dich den Rest deines verschissenen Lebens darüber ja irgendwann hol ich mir die gibt's ne Kurosawa Gesamtbox oder so oder vielleicht hat er auch so viel gemacht dass das nicht möglich ist ich weiß es nicht aber ja egal ja den hab ich halt nie im Original gesehen und auch die anderen nicht hier hier die ich da hatte abgesehen halt von Yojimbo den ich hingeguckt hatte und dann noch ganz gut fand eigentlich aber ja dann doch wieder abgestoßen hab ich Idiot manchmal fragt man sich im Nachhinein wenn man sich übernachdenkt warum warum es ist alt früher war ich halt so drauf ne vor weiß ich nicht gefühlt in 20 Jahren ja was haben wir hier In the Mood for Love kenn ich nicht Asia Film oder was kann ein Film wirklich ein Instant Klassiker sein von 2000 und jetzt schon ein Instant Klassiker kenne ich halt nicht was das There Will Be Blood hab ich irgendwo ich glaube ich hab den auf DVD hier irgendwo hab ich aber noch nicht geguckt oder sogar auf Blu-ray ich hab den aber noch nicht geguckt das ist ja hier dieser Ölfilm oder was geht das nicht irgendwie um Öl ne Warte Epic Abort Certain Kanafasula ja Ölbaronen genau richtig deswegen hab mich da nie interessiert aber das geht um um Ölbaronen scheiße hier Öl und Ölverkauf und wie der dann immer gieriger wohl wird oder weiß ich nicht Alter das sind so Filme vom Thema her auch auch wahrscheinlich wird der auch noch kommen ja ich merk schon wieder es wird schon wieder ein Video wo ich mich wieder nur unbeliebt mach Wolf of Wall Street interessiert mich eine Scheiße der Müll aber es ist doch Leonardo DiCaprio und irgendein Meisterregisseur und oh der ist so toll dafür warum soll ich mir in zwei Stunden oder fast drei Stunden ich weiß nicht wie lang der ist keine Ahnung Film angucken wo es um die Scheiß Wall Street das interessiert mich einen Rotz diese ganze Broker Scheiße wie sie sich alle gegenseitig abziehen und äh weiß ich da hab ich überhaupt keinen Bock drauf so ne so ne Scheiße ist vom Thema her überhaupt nicht stellt euch vor stellt euch vor ihr hasst Football äh Fußball Fußball ja und sollt euch jetzt das Wunder von Bern angucken ich mein gut das können sich jetzt viele nicht vorstellen Fußball zu hassen und ich schon ich mein ja hassen nicht hassen nicht das war jetzt vielleicht das Beispiel oder oder ihr hasst Kriegsfilme ihr hasst über allemaßen Kriegsfilme ihr könnt überhaupt nichts mehr anfangen ja und jetzt sollt ihr euch dann irgendwie der Soldatjibs Ryan angucken oder noch schon mal Apokalypse dann auch ja wisst ihr wie ich meine so geht es mir mit so Filmen wo ich vom Thema her schon weiß oh ne echt jetzt aber naja so Singing in the Rain hab ich nie gesehen das ist ja ikonisch natürlich hier die Szene auch ne klar hab ich nie gesehen hab ich mich nie für interessiert ist das auch wieder so ein Film wo ich ist das dann eigentlich Musical oder ist das nur ne Szene wo er halt aus purer Freude einfach das Singen anfängt nur in dieser einen Szene oder wegen Lebensfreude oder weiß ich nicht keine Ahnung ja das sind so Sachen ja die hast du im ZDF vorbeigeschaltet einfach ja ähm Read more ja mach bitte weiter hier nein ich will mit weiteren Filmen weitermachen achso ich dachte jetzt echt ich bin hier am Ende angekommen weil hier jetzt der Block kommt kann mir mal einer erklären warum man so ne Seite so behindert aufbaut dass man ständig hier irgendwelche komischen Klötze reinbaut wo du denkst oh ich bin da schon unten ja naja Goodfellas ja hatte ich gerade schon was zu gesagt weiter North by Northwest 1959 da muss ich in durch den Titel gucken was ist das was ist da was sich da wohin da verbergen tut äh keine Ahnung warum lasse ich den auf die Bier nicht auf ich Idiot los so der unsichtbare Dritte den hab ich doch da ne war das nicht der mit dem ja genau den hab ich hier den werd ich mir irgendwann schon angucken dann ne richtig das war ja auch ein Hitchcock genau ja also den hab ich hier äh welche Farbe hab ich denn gucken wir mal nö ja ich glaub die ist das ja ja nö ja ich hab die erste oder zweite Auflage der Warner DVD okay weiter kann ich also nichts zu sagen ich hab's noch nicht gesehen ja Marlholland Drive das ist ja hier Lynch ne David Lynch oder was ist das ja bei David Lynch bin ich raus ich hab's oft genug versucht das einzige was ich mir da nochmal angucken wollen würde wegen dem Practical Effects wäre Naked Lunch ansonsten könnt ihr mich mit dem ne nein das ist ähnlich wie mit Polanski der ach so gefeierte Polanski ja ja ne kann ich nichts mehr anfangen mit dem Film wir sind mir zu lahm zu langweilig ich hab Lost Highway versucht zu gucken Junge ja der einzige David Lynch Film den ich wirklich uneingeschränkt mag ist der Elefantenmensch gut Bicycle Thieves von 1948 keine Ahnung interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wenn ich das jetzt hier so sehe ja okay ja The Dark Knight ne einfach nein die die Nolan Batman Reihe ist für mich Schrott tut mir leid komplett überbewertet unbefriedigend unmemorabel keine großen Momente natürlich die ich irgendwie filmhistorisch erinnern kann abgesehen vielleicht von der Szene wo der Joker dem einen Typen den Bleistöfen in die Hand rammt das war's der Rest habe ich schon weitestgehend vergessen ja und äh hier den Spruch im Finale vom ersten Teil äh äh du kannst mich nicht töten sagt der Schurke ja zu ihm weil er ja Batman ist der tötet ja nicht ne ich muss dich aber auch nicht retten und dann geht er weg ja damit tötest du ihn auch macht keinen Sinn unterlassene Hilfeleistung ist auch Tötung ja also was für ein Bullshit und dann der dritte Film hier mit Bane beyond belief bescheuert der Film tut mir leid das ist eines der schlechtesten Filmfinale in der Geschichte der Menschheit mit Abstand sogar katastrophal unsmiserables Drecksfinale möchte ich in meinem ganzen Leben nie wiedersehen ich glaube ich kann eigentlich den Nolan Batman Film wenn ich es immer wieder finde ich habe die ja irgendwo da so eine Box glaube ich kann ich glaube ich so abstoßen ich gucke mir lieber fünfmal hintereinander die ersten vier Batman Filme nochmal an als nochmal die Nolan Trilogie habe ich mich jetzt unbeliebt genug bei euch allen gemacht ja was ihr dazu wissen müsst ist dass ich Batman noch nie mochte den ganzen Charakter nicht ich habe Batman nämlich durch Comics kennengelernt und Batman ist ein Bastard das ist kein Superheld das ist ein Vollidiot ja erst draufhauen dann fragen ja oh da ist ein Typ im Kostüm den muss ich angreifen das ist ein Feind kann ja nicht sein dass das auch ein Held ist der jetzt auch Gutes tun will ne zum Beispiel Spawn nein das ist ein Monster den muss ich jetzt töten den muss ich jetzt angreifen dem schmasse ich jetzt mal ein Batboomerang ins Gesicht damit er die nächsten 100 Hefte hier so einen Nähfaden hat wo er sich dann das Gesicht nähen musste ne das ist euer ach so toller Superheld Batman ja seine Superkraft ist reich sein ja das ist der Superheld der Geschäftsmänner ganz einfach ja ah meine Eltern wurden umgebracht ich muss mich deswegen jetzt als Federmaus als Federmaus Schmuchtel verkleiden aber ich töte das Verbrechen natürlich nicht damit es immer wieder kommen kann und wieder Unschuldige sterben müssen weil ich nicht die Eier hab das mal zu Ende zu bringen was ich angefangen habe ja das ist Batman geht mir weg mit dem Scheiß Saubermann Dreckslappen ist das fertig so ich hab mir ordentlich gerantet ja gut City Lights die Charlie Chaplin Filme ich weiß gar nicht ob ich in meinem ganzen Leben jemals einen Charlie Chaplin Film in Gänze gesehen habe ohne Scheiß noch nicht mal diesen wo er den Führer spielt diesen Quatsch interessiert mich auch alles überhaupt nicht ach so ach das kann ich ja noch mal ihm erzählen ah genau ich weiß gar nicht wie lange das her ist zwei Wochen drei Wochen ich weiß das nicht mehr hab ich mir nicht gemerkt ich hab mich hier echt ohne Scheiß hing ihr kennt das ja vielleicht es gibt Sachen die man sich angucken will du musst aber den richtigen Moment dafür finden kennt ihr das ich hab zum Beispiel da auf DVD stehen in Ei Form in so einer Blechdose Urmel aus dem Ei ne aus dem Eis heißt das ne Urmel aus dem Eis oder aus dem Ei ist auch egal Urmel ne Augsburger Puppenkiste so von allen Augsburger Puppenkistensachen die es so gibt fand ich Urmel immer am schlimmsten damals ich mochte total gerne Augsburger Puppenkiste Urmel ist mir immer auf den Nerv gegangen immer und dann haben sie noch einen draufgesetzt mit dieser Realverfilmung mit Dirk fucking Bach als Urmel da war ich sowas von raus Junge war ich da raus aber irgendwann möchte ich es mir nochmal angucken mit dem heutigen Auge ja und vielleicht überträgt sich auf mich dann der Charme der dahinter steckt denn ich mag die Augsburger Puppenkiste mag ich echt gerne hier wie hieß der nochmal wie hieß der nochmal der Roboter vom grünen Stern oder so keine Ahnung das fand ich als Kind mega witzig das habe ich schon halt eigentlich aber ja oder hier mit hier Lukas der Lokomotivführer Jim Knopf und Lukas fand ich großartig mit den Drachen und mit den wilden 13 oder wie hießen die da und das fand ich mega damals und dann kamen sie und keiner keiner kann gerade aussprechen die haben alle Sprachfehler da die ganzen dösigen Tiere das sind mir immer so auf den Nerv gegangen aber irgendwann kommt der Zeitpunkt ja so und ich hatte jetzt neulich den richtigen Zeitpunkt für Dick und Doof also Stan Laurel und Oliver Hardy ich habe gesagt so heute Abend setzt du dich erstmal hinguckst hier ein paar Dinger davon ich habe ja eine ganze Batterie geschenkt bekommen habt ihr ja vielleicht in dem einen Müssel-Inboxing gesehen tut mir leid geht gar nicht ich weiß auch nicht mehr wie die Dinger hießen die ich hier geguckt habe also eine eine DVD war bei ganz vielen kleinen ja also ich habe da wirklich random reingegriffen und das andere war da habe ich sogar das erwischt was ich damals auch schon mal gesehen habe und da eigentlich auch ganz witzig fand da war ich sieben keine Ahnung wo sie das Klavier die Treppe rauf transportieren wollen es fällt immer wieder runter es rollt immer wieder weg und blablabla für die damaligen Verhältnisse ist das natürlich sehr kreativ gelöst und gemacht gewesen keine Frage aber es ist Slapstick Klamauk ja auf den auf den Hinterpfeilen und 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 ne tut mir leid das sind so das ist ich könnte mir heute auch damals habe ich das auch gerne geschaut wenn es mal lief zu zufällig die Benny Hill Show könnte ich mir heute auch nicht mehr geben weil das ist dieser Slapstick Klamauk Scheiß über den ich überhaupt nicht lachen kann das ist eine Art von Humor die ist bei mir tot der Nerv für diese Art Humor ist bei mir irgendwie abgestorben wahrscheinlich ist so tut mir leid ich habe es jetzt versucht aber nein ich glaube nicht dass ich das noch weiter gucken werde ja jetzt muss ich mal gucken ob ich da jemanden finde der was ich gebe das mal meinem Vater vielleicht kann der was für seine Rente tun also nicht böse sein an den Schenker nochmal ja das waren glaube ich hier Engelchen und Gandalf oder wie heißen die beiden waren das glaube ich richtig ja also ich werde versuchen dass das jemand in die Hände kriegt der wo es gut aufgehoben ist ja kam mir von Herzen das verstehe ich natürlich auch aber mein Ding ist das nicht mehr und das hier werde ich mich auch niemals mit beschäftigen mehr was ich mir noch angucken werde weil den habe ich auch hier auf Blu-Ray sogar weil von dem habe ich nie was gesehen ich habe immer nur davon gehört ich weiß gar nicht wie der heißt hier der General äh warte ist das Buster Keaton dann oder was der General ach komm die Online Film Datenbank ist so broken ohne Scheiß damals gabst du nur General ein und dann kam eine riesen Batterie an den Vorschlägen da war der dann 100 pro mit bar jetzt hast du nur noch eine Hand voll und der ist nicht dabei du musst den Enter drücken und dann kommt das pure Chaos wenn er jetzt fertig ist wenn er die Suche jetzt beendet hat warte hier kommt das pure Chaos ja hier das ist ja dann wohl was ja okay so wer bist denn du jetzt ja Buster Keaton richtig den habe ich da und das äh weiß ich nicht das scheint mir ich habe da auch schon ein paar Szenen davon gesehen damals da habe ich damals mal reingeschaut als ich den bekam also auf YouTube reingeschaut in ein paar Szenen weil ich wissen wollte wie ist es denn so gemacht ne und das sah ganz anders aus als das hier da war nämlich dieses dieses überzogen Slapsticky hier nicht nicht so in diesem Stil das war schon ein bisschen ernst zu nehmen da beinahe Action ja also da würde ich mich noch mit auseinandersetzen die Zeit nehme ich mir dann irgendwann noch wahrscheinlich sage ich ja hinterher dann auch ja ne ich weiß es noch nicht ich kann es noch nicht sagen wir gucken dann mal ne so gut weiter Grand Illusion habe ich glaube ich nie gesehen His Girl Friday ja die alten Schwarz-Walschmonzetten da kann ich nichts zu sagen es kann sein dass ich mal im Fernsehen irgendwie was gesehen habe ich habe dann immer weggeschaltet meistens es sei denn es ging in die Richtung Horror oder Science Fiction dann habe ich es laufen lassen ja aber ja The Red Shoes habe ich nicht kenne ich nicht sagt mir nichts Vertigo ist glaube ich wieder ein Hitchcock ne ja habe ich wahrscheinlich gesehen aber kann ich mich nicht richtig dran erinnern ganz ehrlich habe ich auch nicht da was habe ich von Hitchcock da Psycho die Vögel äh jetzt ja hier der hier eben da ne ähm Dingsbumsmann dritte Mann zwölfte Mann vierzigste Mann ich weiß es nicht ja äh ja ich glaube das war es mehr habe ich von Hitchcock glaube ich nicht da jetzt mal überlege glaube ich nicht wüsste ich jetzt jedenfalls nicht ähm Bo Bo Traveil was ist das wieder für ein Quatsch ist doch schon wieder irgend so ein Inklusionskram warte ich habe noch nie vor diesem Film gehört warte mal gucken was das für ein Doppeltitel hat das Ding Der Fremdenlegionär okay okay Drama lief in Deutschland im Kino 2001 und ist niemals in irgendeiner physischen Form veröffentlicht worden ja einer der besten Filme aller Zeiten ne ich erinnere mal hier oben an den Namen 100 Best Movies of All Time ne der ist so gut da musst du sehen kannst du nicht aber musst du The Searchers 56 sieht nach dem Western aus habe ich nicht gesehen da kann ja nichts zu sagen Persona habe ich nicht gesehen Do the right thing äh was ist das warte ist der hier Mist ich habe die Jahreszahl nicht gemerkt 89 ja das ist der ja okay ähm Drama Komödie du meine Güte habe ich noch nie gesehen Video soll ich mal ein Cover zu sehen schön ja weiß ich nicht ist mir nie begegnet habe ich nicht gesehen kann ich nichts zu sagen ähm Rashomon habe ich auch nie gesehen äh ist das auch wieder Kurosawa ja ähm der war aber den habe ich nicht gehabt also das weiß ich an den Namen würde ich mich erinnern äh der war nicht dabei bei den 5 die ich leider mal hatte da ist er ja in der gleichen Edition zu haben das kann sein also ich zeige euch das mal wartet wir gucken jetzt mal nach Jojimbo der Leibwächter genau und ich hatte nee hä ach ist das eine Box oder was ach es gibt da eine Box das gibt tatsächlich eine Akira Kurosawa Meisterwerke Box nee das war der auch nicht da so sahen die aus du sahst immer oben diese asiatischen Schriftzeichen in dunkelrot und da unter dann den Titel des Filmes ne und dann äh ein Bild aus dem Film halt so sahen die alle aus so sahen die alle aus davon hatten die 5 Stück und ich hatte Jojimbo 7 Samurai und irgendwas mit Spinnenweb bald das weiß ich noch weil ich dachte was sind Spinnenweb bald was soll das sein ja ganz der Wald voll Spinnenweben ist das ein Tier auch auf dem oder was ja und noch 2 weitere wo ich mich an die Namen nicht erinnern kann leider aber der da würde ich mich dran erinnern Rashomon weiß ich nicht der war da glaube ich nicht mit bei na egal so Rules of the Game keine Ahnung sagt mir auch nichts äh ja der weiße Hai jetzt kommen wir dann langsam mal in das in dem Bereich Filme wo ich auch mal ein bisschen was zu sagen kann ja ja überbewertete Scheiße ha 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 nein Spaß nein äh ist halt ein zeitloser Klassiker müsste ich mir auch mal wieder geben ich hab ja alle 4 Teile auf Blu-Ray hier zum Rewatchen irgendwann aber das ist ein Film jetzt ohne Scheiß Real Talk ne ich hab den schon so oft gesehen dass du kannst das Ding wirklich mitsprechen kennt ihr das ihr habt oder das geht mir auch ähnlich mit Filmen wie Ghostbusters oder Gremlins oder ja ne Zurück in die Zukunft könnte ich mir eigentlich wirklich mal wieder angucken den würde ich tatsächlich den müsste ich mir die 3 mal wieder geben vielleicht ja aber es gibt so Filme die hast du einfach schon so oft gesehen oder hier äh hier äh hier na sag schnell nicht E.T. Unheimliche Begegnung der dritten Art ich hab mir so oft gesehen den Film boah ja geile Filme keine Frage absolute Meisterwege totale Klassiker aber du hast dich schon so oft gesehen das ist das weiß ich nicht ich warte noch bis ich da wirklich Bock drauf hab das mal wieder zu gucken aber ja es sind geil jedenfalls der erste ist geil äh ja ich mag auch die anderen ne aber naja gut den 4ten ja gut den hab ich glaube ich was gar nicht ob ich überhaupt jemals gesehen hab aber der soll ja auch so mies sein und behindert aber naja Double Identity can Identity Indemnity Indemnity Moment heißt das wirklich so was heißt denn Indemnity keine Ahnung da bin ich jetzt wieder schlecht im Englisch ne Frau ohne Gewissen ok von Billy Wilder ok ne den kenn ich auf jeden Fall nicht The 400 Blows kenn ich auch nicht Star Wars kenn ich auch nicht ok ich warte mal auf damit ja das ist Star Wars die 3 hier das ist Star Wars nichts anderes ja die 3 in diesem Alter hier in diesem Alter ne die späteren die älteren das ist nicht mehr Star Wars das ist ein ein perverses geisteskrankes gestörtes Albtraumabbild von geistesgestörten Vokisten die einen Scheiß auf klassisches Franchise geben alles an sich reißen um es auf ihre Weise umzudrehen und politisch zu instrumentalisieren ja schlechte Menschen Extremisten Extremisten stell dir einfach vor zur Hitlerzeit ja ähm weiß ich nicht mit einer Zeitmaschine kommen die Nazis in in unsere Zeit und klauen ganz viele Filme bringen sie in ihrer Zeit zurück und drehen sie um zu Propagandafilmen das ist nichts anderes als das was passiert aktuell mit den Vokisten ganz einfach für mich ist das so das ist Extremismus Filme werden instrumentalisiert zum Extremismus propagieren Passpassionen von ja meine Güte gibt es so eine alte Filmung zu das habe ich nie gesehen Once upon a time in the West spiel mir das Lied vom Tod kalte Zwiebelsuppe als Film ganz einfach so latschig langgedehnt und langweilig wie es nur sein kann ja ganz einfach mach davon 70 Minuten Cut dann gucke ich mir ihn nochmal an äh ein Action Cut Alien ja auch absoluter Klassiker keine Frage ja das ist einer von den Filmen ähm wenn du einen Film brauchst äh als Beweis was der Horrorfilm heute nicht mehr kann und wenn dann wenn dann die Gegenfrage wieso was kann der Horrorfilm denn heute nicht mehr er kann keine Atmosphäre mehr was meinst du mit Atmosphäre dann nimm Alien oder nimm was ich nicht der Exorzist das sind Filme die setzen nicht auf vordergründige Effekthascherei Knallebum und möglichst viel Blut und Gewalt sondern auf Atmosphäre The Fog Knebel des Grauens keine Ahnung sowas in der Art ja und nicht diese Scheiße die heutzutage produziert wird von denen ich mir neulich ein Machwerk angeschaut habe Junge freut euch auf diese Feedbacks es wird laut es wird echt laut ich hab mir ein 2023er Film dabei nächstes Mal ok freut euch drauf das ist ein neuer Tiefpunkt gewesen den Film zu gucken ohne Scheiß für das wozu der Film sich zählen will ja sag ich jetzt mal gut Tokyo Story kenn ich wieder nicht Pulp Fiction überbewertet total überbewertet ich hab den Film nur aus einem einzigen Grund ja ok aus zwei Gründen Bruce Willis und das Sigmat mit Bruce Willis den ganzen Rest kannst du kannst du den Klo runterspülen oh ja Samuel Jackson ist ein Burger Samuel Jackson ist ein Burger und sagt coole Sachen dabei hohohoho ne 10.000 Mal ikonischer finde ich die Szene in der Bruce Willis gegen seinen obwohl das ja eigentlich nicht muss sich entscheidet dem Gangster Boss bei dem er Schulden hat das Leben zu retten und dann in dem Waffenladen steht und sich dann jetzt aussucht welche Waffe nehme ich denn jetzt die ist besser die ist besser die ist besser das war eine geile Szene vor allem bei jedem der nächsten Waffe die ihr anguckt sagst ja nimm das nimm das ja und dann nimmt er nachher das Katana aber ja das war ein guter Moment hätte ich Tarantino gar nicht zugetraut dem Fußfetischisten Lappen ja dann haben wir hier Truman Show ja den müssen wir sich mal wieder geben hab ich ewig nicht geguckt ich hab den hier auf DVD schöner Film eine von Jim Carreys besten Rollen wenn nicht sogar seine allerbeste Rolle weil er da den Gratwandel zwischen komödiantisch und ernst perfekt den Balanceakt perfekt meistert der Film ist sowohl witzig als auch dramatisch und in beides kann er überzeugend spielen das beweist er mit diesem Film 100% hier zeigt Jim Carrey wirklich dass er ein richtig geiler Schauspieler ist das hat er auch in diesem Nummer 23 oder wie hieß der hat er das eigentlich auch bewiesen da hat er gezeigt dass er halt ernst spielen kann klar aber hier finde ich ihn noch besser darstellerisch einfach weil er auch sympathischer rüberkommt durch eben den komödiantischen Aspekt der ja trotzdem erhalten bleibt ich finde den echt das ist wirklich ein sehr guter Film so was haben wir hier Lawrence von Arabien lief 30 Millionen Mal im Fernsehen und hat mich immer vorbeigeschaltet hat mich immer nicht interessiert ich weiß gar nicht das ist doch das ist doch auch wieder so ein war das nicht sogar so dass das vom Grundplot her eigentlich ganz interessant ist und dann ist es aber wieder nur so ein Liebesgeschwurbel von Anfang bis Ende dieses ganze sich angeschmachte da und so ich weiß es gar nicht mehr ich weiß nicht ob da was kann in der Film also ob der auch wirklich ob du sagst ja okay der Liebesplot naja ist halt da aber das wird rausgerissen von was ich nicht Schlachtenszenen Spannung sowas kann ich jetzt nicht nachvollziehen und ich hab den nie ich hab den immer vorbeigeschaltet dran weil immer wenn ich reingeschaltet hab damals oh ne ja Psycho Timeless Classic ja der geht auch heute immer noch richtig gut ich hab mir ja vor einer Weile die ganze Psycho Box reingezogen und ja die sind alle vier sehr gut muss ich wirklich sagen alle vier Psycho hätte ich nicht gedacht weil normalerweise ja ihr wisst ja wie das ist mit Fortsetzungen aber Finger weg vom Remake Finger weg vom Psycho Remake nein okay ich muss das mal rewatchen ich glaub ich hab den sogar auf DVD irgendwo rumfliegen ich mein ich hab den sogar irgendwo im Keller rumfliegen das Psycho Remake ich müsste mir den aus Spaß eigentlich mal wieder angucken vielleicht muss ich mir mal die Mühe machen und im Keller nach Filmen suchen die nur im Keller sind weil ja ich hab die mal bekommen ich weiß die sind scheiße die Filme ich fand die damals mega scheiße und die alle zusammensuchen und nochmal gucken ob ich die vielleicht heute doch vielleicht dann doch ja komm die Erwartung war damals zu groß ja oder gemessen an heutigen Filmen ist der Film von damals der damals wirklich scheiße war heutzutage ist das eine kleine Perle weil das was heute kommt stinkt gegen selbst diesen Film unterirdischst ab ja wie Indiana Jones 5 gegen Indiana Jones 4 und ich bleibe fest bei dieser Meinung mir egal was die anderen sagen gut Sancho the Bailiff ja genau Gesundheit Andrei Rublev das sind wahrscheinlich alles Filme ich such die jetzt nicht auf der Online Film Datenbank das sind wahrscheinlich alles Filme die es nicht in Deutsch gibt aber der Typ der die Liste hier erstellt hat da wichst sich darauf einen ab die zu kennen ich hab keine Ahnung ja jetzt hab ich schon wieder gedacht das ist vorbei The Umbrellas of Cherbourg was 1964 gab es schon Resident Evil Filme über die Umbrella Corporation ich sag jetzt nur noch was zu Filmen die ich kenne ja Chinatown hab ich nie gesehen wo ich auch das ist auch wieder Roman Polanski ganz rotes Tuch für mich ja und ist das nicht auch wieder Mafia Privatdetektiv Femme Fatale ist das so ein Film Noir Ding oder was okay naja also wenn das dann schon wieder so eine Detektivgeschichte ist und dann von Polanski dann ist es auch wieder dann fallen dir doch die Zehennägel vor Langeweile wieder aus aber naja gut Seventh Seal hab ich nie gesehen Lost in Translation voll scheiße der Film was war ich von diesem Film enttäuscht maximal overhyped damals alle Lost in Translation musst du sehen Film des Jahres Meisterwerk Bill Murray in absoluter Topform und ein langweiliger Dreck vor den Herren ja so eine klassische Anfang der 2000er Komödie das war so einer der Mitbegründer des Komödien Aussterbens kann man fast schon sagen ich guck ja aktuell gibt's keine es gab in den letzten 20 Jahren keine Komödie die mich gereizt hat oh geil endlich mal wieder mit dem Film da kannst du dich richtig tot lachen ne wenn denn was zum Lachen kam dann war es immer ein Zufallstreffer ja okay aber ja die Zeit der richtigen 80er und 90er Jahre Komödien ist vorbei aber das ist doch alles nur meine Meinung hier Freunde ne Taxi Driver hab ich mal im Fernsehen gesehen hab ich mal eingeschlafen ich glaube sogar mehrmals eingeschlafen hab mich auch nie gereizt aber naja kenn ich halt nicht in Gänze immer nur segmentartig war mir immer zu langweilig ja okay Spirited Away ist ja dann Shihiros Reise ins Dingsbumsreich da Zauberreich oder was ja ja ich persönlich also ich mag den was ein Studio Ghibli Film und der ist schön gemacht ja ich verstehe aber nicht warum das jetzt unbedingt der beste Studio Ghibli Film sein soll verstehe ich nicht bin ich nicht dabei gibt andere mit besseren Charakteren besseren Figuren besseren Handlungen und Stories finde ich gibt's bessere Sachen einfach von Ghibli ja aber naja ich bin dann zum Beispiel eher Team Nausicae oder Mononoke aber ist auch wieder Geschmackssache Night of the Living Dead das alte Original das man ja auch koloriert hatte dann ich hab glaube ich sogar die kolorierte Fassung da ist mir lieber aber ja ist ja auch wieder Blasphemie das zu sagen ich hatte halt nie einen Bezug zu diesem Film ich hab den erst nachdem ich 30 war das erste Mal überhaupt gesehen den Film ja weil mich der halt damals in meiner Jugendzeit nie interessiert hat weil ist ja nur ein dummer ich weiß weiß Film aber naja ähm ist aber ein schöner Klassiker und halt wichtig fürs Horror Genre ganz klar keine Frage habt den da in der kolorierten Fassung mehr brauche ich da jetzt nicht dann haben wir hier Battleship Potemkin von 1925 einer der besten Filme aller Zeiten kenn ich aber nicht ich hab halt keinen Geschmack das ist ja klar Modern Times das ist dann wieder Chaplin da bin ich wieder raus Breathless das ist so so bekannt der Film und so gut einer der besten Filme aller Zeiten dass man sogar ein Bild dafür hat nicht geile Liste Dr. Strange Love oder ja wie ich lernte die äh was Stop Worrying and Love the Bomb okay er liebte die Bombe zu lieben er lernte die Bombe zu lieben hab ich auch nie gesehen den Quatsch keine Ahnung M Eine Stadt sucht einen Mörder großartiger Film den hab ich damals gesehen ich hab damals mit meinem Vater zusammen äh Es geschah am helllichten Tag gesehen und war komplett geflasht von diesem Film alter Vater also ich hab in meinem Fernsehen gesehen da war ja da liefen immer diese ganzen diese ganzen äh Heinz-Rühmann-Filme ne das waren ja immer alles Komödien und so ne und da hat mein Vater gesagt ja weißt du dann eigentlich auch dass er auch wirklich ernsthaft schauspielern kann was ist doch so ein Witztyp so ne als Kind wo gemerkt ne ja pass also wie alt war ich damals ey elf zwölf keine Ahnung ja ich ich hol uns mal aus der Videothek was und dann hat er hat er hier Dings gebracht ähm oh Gott es geschah am helllichten Tag und wie hieß der andere er hat einen zweiten zweiten noch mitgebracht äh der war aber nicht ernst das war auch wieder eher Komödie irgendwann mit dem Kopf Kopf durch die Wand oder ein Mann geht durch die Wand oder so und genau das passiert in dem Film auch Heinz-Heinz-Rühmann kann durch Wände gehen oder irgendwie sowas weiß gar nicht mehr wie es dazu kam den haben wir zuerst geguckt und hinterher es geschah echt und hat mein Vater wollte wohl einen Kontrast haben dass ich erstmal was witziges sehe und dann wie er ernst wirkt wohl ne oh Junge war ich von dem Film ja dann hat man gesagt ja in dem Stil gibt es doch andere Filme ich sage uns das nächste Mal mal wieder was er da wenn du das magst ne und dann hat er M eine Stadt und einen Mörder ausgeliehen damals oder hatte der den überspielt ne ach mein Onkel hatte den auf Kassette überspielt vom Fernsehen so war das mein Onkel hatte der hatte ja alles mögliche der hatte ja so wahnsinnig viele überspielte Filme auf Kassette auch vom Fernsehen der hat mir ja auch damals immer den Headbangers Ball aufgenommen ne auf dem MTV da da hatten wir den geholt so war das genau wir sind nämlich immer wieder mal zu meinem Onkel wenn wir nichts in der Bibliothek gefunden haben sind wir zu meinem Onkel du hast nur so viele Filme und der hatte Ringbücher voll mit Listen und seine ganzen ganzen VHS standen alle Regale zweimal so viel wie ich hier hab ohne Scheiß ja voll mit diesen Dingen und die waren alle nummeriert und dann hat er halt draufgeschrieben in seinen Listen auf welcher Nummer welche Filme drauf waren auf eine Kassette bekamst du ja manchmal zwei bis drei Filme sogar ja und ja da und da da hatten wir geguckt und dann hier du mochtest doch neulich noch den den und ich hab dir doch gesagt wir holen mal nochmal einen Film der so gut ist wie es geschah am nächsten Tag ja jetzt nehmen wir den mit und dann haben wir den geguckt und den fand ich auch geil ich kann mich aber muss ich sagen ich hab den nur ein einziges Mal gesehen eben an dem Abend nie wieder danach ich kann mich nicht an den Film erinnern überhaupt nicht aber ich weiß ich fand den damals gut so viel geredet über den Quatsch Blade Runner 1982 ja Junge das war Dream Theater das ist für mich unter den das was im Metal Band Bereich Dream Theater ist ist für mich im Filmbereich Blade Runner ja wobei das was ich mit Blade Runner dann am Ende geschafft habe ist mir bei Dream Theater noch nicht gelungen nämlich mir das schön zu hören diese overhypede Scheiße Blade Runner hab ich mittlerweile so oft gesehen das kannst du dir nicht aussehen ich will den immer wieder ich wollte den Film gut finden eigentlich nur aus einem einzigen Grund wegen Harrison Ford ja vielleicht noch wegen Rodger Hauer natürlich der aber keine so große Rolle hat wie man meinen sollte ja und ich finde auch keine so gute Rolle wie man meinen sollte aber naja am Ende nachher da ist er richtig gut ja aber naja und dann gab es ja auch diesen diesen längeren Cutstart ne und ich hab es immer wieder versucht hab ich immer wieder abgestoßen den Film ja und irgendwann lag der dann im Kick auf Blu-Ray in der Extended oder DVD weiß ich gerade gar nicht ist doch vollkommen Bums so und dann dann hat es geklappt und ich sag okay komm das war jetzt ganz cool ne passt allerdings mein Lieblings Science Fiction Film wird das nie viel zu lahm viel zu ereignislos viel zu ruhig erzählt weiß ich nicht aber der Look naja der ist halt ikonisch so The Bitter Tears of Petra von Kant ja Arsenal das Meisterwerk muss man kennen das sind hier alles so ne Weintrinker Filme wieder merke ich hier gerade Rome Open City kenn ich nicht Nosferatu absoluter Klassiker Kindheitsfilm ja äh im Fernsehen das erste Mal gesehen ja super äh aber auch muss ich auch wiederum sagen ich hab den nie besessen den Film ne weder auf VHS noch irgendwie in einer anderen Form immer nur im Fernsehen gesehen was ich hab ist dieser äh äh wer ist denn da eigentlich Way of the Vampire ne heißt der Way of the Vampire heißt der so wo ähm Willem Dafoe Max Schreck spielt den Darsteller von Nosferatu und der Film dreht sich darum was ich eigentlich nicht mag wie der Film Nosferatu entsteht ja aber deswegen mag ich den Film dann wieder doch es ist halt ein übernatürliches Element drin denn stellt sich heraus Max Schreck ist tatsächlich ein Vampir und die Tötungsszene hier in dem Film den wir hier sehen in dem alten Klassiker ja die ist halt echt die werden nicht auf diese Weile los und halten halt die Kamera drauf damit endet dann der Film Spoiler ja egal aber den find ich großartig alleine wegen Willem Dafoe ich musste mir den eigentlich auch mal rewatchen ich hab ich ewig nicht gesehen irgendwas mit Vampire ist auch schon egal so aber das alte Original ja müsste man sich immer wieder angucken irgendwie aber naja gut so ja ja da sind wir hier 1980 da sind wir in dem Komödienbereich das ist auch Klamauk aber es funktioniert noch es funktioniert immer noch bei mir auch viele von den nackten Kanonenfilmen und Co was da so alles entstanden ist da gibt es viel Kram was ich mir eigentlich mal wieder in die Sammlung holen müsste hier wie hieß das sehr verdächtig Agent 00 äh da gab es bestimmt noch zwei, drei mehr die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hab ey anfing bei mir zu bröckeln war dann hier dieser Dracula-Film mit mit äh ja das ist natürlich klar dass der hier auf der Liste ist jetzt weiß ich hundertprozentig dass wir hier einen Käseesser und Weintrinker haben ja der in sein Glas Tränen der Filmkennerfreude weint wenn er so einen Film sieht das Schlimmste daran ist ja dass ich mir den irgendwann noch holen will und muss der ist nämlich auf der Lovecraft-Liste der Rotz ja was ist das für ein Film ja wir wir schicken wie heißt die hier ist das Scarlett Scarlett Johansson genau wir nehmen Scarlett Johansson verkleiden sie als Nutte lassen sie sie rumfahren mit dem Auto und irgendwelche Leute einfach auf der Straße ansprechen ob sie Spaß mit ihr haben wollen die nicht darauf vorbereitet sind und das filmen wir und bauen wir in unseren Film dann ein hinterher fragen wir die ob wir das Material verwenden dürfen um uns rechtlich abzusichern bumm Ende daraus besteht der Film dann bauen wir eine Handlung darum dass sie ein Alien ist dass auf diese Weise Leute in ihre in ihre Behausung lockt und dann dann da in ihre Bestandteile auflöst was noch nicht mal zu geilen Buddy-Mail-Szenen oder sowas führt sondern es ist so komisch arzi-fazi dargestellt dass du dir nicht ausdenken kannst ja und dann lernst du dir halt einen Verkrüppelten kennen und das wird dann der heimliche Held des Filmes mehr oder weniger das kannst du dir nicht ausdenken das Ding ehrlich nicht müsste ich echt rewatchen um eine aktuelle Meinung dazu zu haben als der neu war und der Hype wieder in den ganzen Gruppen ich war damals noch in diesen ganzen Filmgruppen so ein bisschen drin hier und da Junge der Hype Alter vor 10 Jahren war das ungefähr 2013 passt doch Alter muss man gesehen haben und oh eine großartige Scarlett Johansson oh wein nippen wein nippen ne furchtbar diese Leute ohne Quatsch diese Menschen diese Menschen die irgendwie auf sich was besseres halten weil sie meinen ja ich hab jetzt einen Film geguckt der macht überhaupt keinen Sinn der hat auch irgendwie überhaupt nichts anzubieten aber er wird ja von irgendwelchen ich weiß nicht wie das dann überhaupt von der Basis her zustande kommt aber es gibt dann irgendwelche irgendwelche Idioten die das dann hochhypen das ist jetzt Kunst jetzt muss ich das natürlich auch geil finden und auf den Trend springen die dann alle auf ich komm ja nicht drauf klar auf sowas ich versteh sowas nicht erledigt aber naja wer es braucht so Mad Max Fury Road einer der besten Filme aller Zeiten ich bin gespannt ob jetzt noch weiter nach unten gehend andere Mad Max Filme kommen die sind ja alle schlechter als Fury Road dann oder es geht hier wirklich ranking mäßig und es wird jetzt immer besser von den Filmen her wenn dem so ist ist Mad Max Fury Road besser als Citizen Kane der Pate etc. pp. hier einfügen was wir jetzt hier schon hinter uns haben Mad Max Fury Road nein dieser Film ist und das meine ich wirklich ernst wenn ich das sage Bullshit es ist einfach nur Style over Substance in Reinform wie ein ungeschliffener Diamant zum Thema Style over Substance das ist Mad Max Fury Road du wirst zugeschissen mit optischem Overkill aber sobald du auch nur im Ansatz das Gehirn einschaltest bist du raus und du fragst dich dann auch warum heißt der Film Mad Max Fury Road Mad Max wird da am Auto festgeboten das war es er leistet in dem Film 0,1% bringt er Sinn für diesen Film der ganze Rest des Filmes ist ja so überflüssig wie der Spacken der hier sitzt da wobei der hat ja sogar noch mehr Impact der opfert sich ja nachher noch für die gute Sache sogar der hat mehr Hayden Hero Time als der titelgebende HATE Mad Max das geht so weit da kommt eine Szene da sind die nachts und dann werden die irgendwie von da lagern in der Nähe irgendwie irgendwelche feindlichen ich weiß es gar nicht mehr genau Mad Max leitet da kümmert sich drum und geht dahin und denkst so jetzt räumt Mad Max mit diesen Typen auf da und dann kommt er wieder und das war es schon das ist gar nichts das kriegst du nicht zu sehen weil der Film ist ja das ist ja ein Furiosa Film du sollst ja sehen was mit Furiosa ist doch interessiert dann Mad Max und was der so macht und der ist doch keine Sau und dann gibt es jetzt einen Moment wo dann die Heldin tatsächlich endlich mal verzweifelt ist in der Salzwüste nicht weiter weiß und dann wollen die ja in die Salzwüste gehen und Mad Max sagt wenn ihr jetzt in diese Wüste rausgeht dann ist das für euch der sichere Weg in den Tod geht doch einfach dahin zurück wo ihr herkommt die verfolgen euch doch alle sind ja alle nicht da gerade wenn ihr schneller als die zurück seid dann könnt ihr das alles auch an euch reißen diesen wichtigen Tipp gibt er ihr und dem folgt sie auch das ist das einzige Wichtige was Mad Max in dem Film tut eigentlich hätte er so vorbeikommen können und das dann so beim vorbeikommen kurz mal sagen können aha was was ist hier was wollt ihr hier was in die Salzwüste wollt ihr nee 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 was wo kommt ihr her was die verfolgen euch ja dann geht doch da wieder hin zurück die sind ja jetzt gerade nicht da wenn ihr schneller als die da seid könnt ihr das ja an euch reißen ja ja macht ihr ja schönen Tag noch ich geh jetzt weiter meines Weges mehr Sinn hat Mad Max in dem Film nicht null er rettet die Schurken äh die Schurken er rettet die Heldin nicht ein einziges Mal irgendwie ganz wichtig oder so nichts er kriegt keinen der Oberschurken platt keine einzigen ja der Oberschurke hat einen Sidekick so ein riesen Hühne hätten sie das wenigstens gemacht dass der von nein 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 Mad Max hat nichts drauf in dem Film hier kannst du dir nicht ausdenken so eine Scheiße so ein unbefriedigender Murks und dann der ganze Unsinn in dem Film ja in einer Zukunft in der Benzin und Wasser das größte Gut sind ja wir müssen es erstmal waschen oh und dann kleckert da wirklich 20 Hektoliter Wasser äh auf den trockenen Sandboden wird dann mal wegverschwendet weil die weil die geretteten Schlampen sich jetzt waschen müssen das ist so unsinnig behindert dass du es dir nicht ausdenken kannst ja Benzin ist ganz viel doll teuer ja deswegen haben wir jetzt einen Typen der steht da irgendwie auf einem unserer riesigen Trucks und hat eine Gitarre mit der er spielt wo ich mich frage wo kommt der Strom dafür her ja und da kann er mit der Gitarre kann er einen Flammenwerfer abfeuern und in einer Tour macht er dann so oh ich mach einen coolen Flammenwerfer move kostet ja kein Benzin ich kann mich schon wieder aufregen über die Filme beste Film von aller Zeiten unter 100 das ist nee lass mich das wegscrollen hier Apocalypse Now es geht direkt weiter es geht einfach direkt weiter diese Liste ist mein Albtraum warum mach ich denn das ja eigentlich aber naja war mal wieder Zeit für ein Video wo die Downvotes wieder dominieren wahrscheinlich ja Marlon Brando sitzt schwafelnd im Dschungel und kippt sich Wasser über die Birne während hier Martin Sheen ihn töten soll in die Länge gezogen hoch 30 aber schön viel Oldie Musik geil und Helikopterszenen zu Oldie Musik geil Meisterwerk Meisterwerk Junge ich hab's echt mehrmals versucht mit dem Film ich hab aufgegeben das ist hier mein nächster Blade Runner das dauert wahrscheinlich bis ich 80 bin bis ich den Film dann geil finde weil ich dann einfach nur noch sabbernd und dement in der Ecke sitze ich hab keine Ahnung Brokeback ja wie gesagt ich hatte die Vermutung ja gerade eben schon in den Raum geworfen ich glaube das ist hier diese Time Out ist irgendwie so eine Vokisten Seite hier so eine Regenbogenseite kann das sein ich muss mir gleich mal die Homepage angucken was die über sich selbst zu schreiben was ist das hier hinten Coca-Cola Foodmarks was Time Out Market wir haben einen Markt Musik Arts und Culture und Travel und Food und Drink wir gucken uns die Seite gleich an das wird noch lustig wir machen jetzt mal hier ein bisschen schneller ja die schwulen Cowboys ja braucht keine Sau war das eine langweilige Scheiße man ich bin ja eh schon kein Western Fan aber das Ding hier die Andy Western Fans da draußen feiert ihr diesen Film schreibt mir wenn ihr Western Fans seid ganz ehrlich eure Meinung als Western Fan hier ich zeig euch einen Western ja einen Western den ihr mögt also wenn ihr diesen ich mach extra so hier wenn ihr diesen Western hier mögt hab ich mir extra gekauft weil ich ihn endlich habe ja wenn ihr diesen Western mögt also wirklich mögt feiert ihr dann Road Black Mountain als Western Fans schreibt mir das in die Kommentare so weiter mit dem Müll äh Duck Soup keine Blair Witch Project mein gut der hat und ja das ist auch wieder meine feste Überzeugung nicht Meinung Überzeugung der hat ein Genre begründet nämlich das Found Footage Nein Cannibal Holocaust ist kein Found Footage Film weil die da zwei Minuten lang mit der Wackelkamera rumrennen Punkt Aber ja, ihr werdet in Kürze dazu mehr von mir erfahren. All the Presidents Men. Kommt mir bekannt vor. Ich muss den deutschen Titel wieder checken. Ist das Dustin Hoffman? Ja, ne? Also ich muss den deutschen Titel sehen. So, und zwar ist das... Die Unbestechlichen. Achso, der ist das dann? Okay. Gibt es da mehrere Verfilmungen von, ne? Glaube ich. Richtig? Müssen wir mal gucken hier unten? Ne. Hä? Wie heißt denn der mit Kevin Costner? Heißt der nicht auch die Unbestechlichen? Das ist ein Videocover. Ne, kenn ich nicht. Ne, kenn ich nicht. Okay, kenn ich nicht. Sagt mir gar nichts. Wie heißt denn der mit El Capones Verhaftung? Ich hab gerade den Hirnfurz. Weiter. Ähm. Apu Trilogie. Du meine Güte. Kenn ich auch nicht. Äh. The General. Das ist er ja. Hier mit. Buster Keaton. Ne? Ja, werde ich mir irgendwann mal angucken. Habe ich ja da. Kann ich ja machen irgendwann mal. Äh. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Entweder von 2004. Und jetzt schon wieder einer der besten 100 Filme der Welt. Aller Zeiten. Von 2004. Das ist doch. Das ist doch. Wenn ich das schon sehe hier am Strand ein Bett mit Bettdecken mit so einer Karriere. Junge. Das ist genau die. Das ist. Dieser Screenshot ist hier schon die Definition von Scheiße in Filmform. Einfach nur. Wenn ich so ein Screenshot schon sehe, weiß ich schon. Ja. Da brauchst du keine einzige Sekunde Lebenszahlen für zu verschwenden mit dem Quatsch. Naja. Esst immer weiter euren Käse. Äh. Texas Chainsaw Massacre. Ja. Ne. Ne. Ich habe das nie verstanden mit diesem Film. Ähm. Spätestens wenn das soweit ist mit dem Regal da hinten. Ne. Dann rollen hier echt Köpfe in meiner Sammlung. Leute. Das kann ich auch versprechen. Ich habe nämlich einiges aus dem Franchise da. Und es wird alles gehen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr drauf. Diese overhypte Kacke. Da brauche ich nichts mehr von. Weiß nicht. Vielleicht behalte ich noch den. Den. The Beginning. Der ja. Meiner Ansicht nach ist das der beste Film. In der. In Texas Chainsaw Massacre. Universum. Texas Chainsaw Massacre. The Beginning. Heißt der glaube ich. Hier mit dem Vorschlaghammer und den Kniescheiben am Anfang. Den. Den fand ich eigentlich ganz gut. Oder zumindest werde ich ihn mir nochmal angucken. Und dann kann ich ja immer noch eine Entscheidung treffen. Ne. Alles andere. Vielleicht gucke ich mir die alle nochmal an. Und. 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 Und entscheide dann. Ja. Ich. 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 werde ich mir irgendwann noch mal re-watchen. Habe ich nämlich ewig nicht gesehen. Ich glaube, die haben mich wirklich zuletzt gesehen zu Videokassettenzeiten. Das wird irgendwann re-watcht, das Ding. Ich habe das hier. Irgendwo habe ich den auf Blu-Ray. Aber ja, es gilt natürlich jetzt eine der besten Sieben-King-Verfilmungen, mehr oder weniger. So unter den Filmfans jedenfalls. King selbst ist, glaube ich, anderer Meinung. Aber ja, weiter. Toy Story. Ja, damals, als er neu war, da war das halt was ganz anderes mal. Das ist schon richtig. Man hat das Franchise aber durch Melken zu Grabe getragen. Das hätte bei dem ersten Teil bleiben müssen. Ganz klar. Und selbst den habe ich auch damals schon so oft gesehen zu Videokassettenzeiten. Ich weiß nicht, wie der heute noch auf mich wirken würde. Ich habe den hier. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Teile von Toy Story hier habe. Aber den ersten habe ich, glaube ich, hier in so einem Steelbook. Weil es ist halt auch ein Klassiker. Aber ja. Ob ich mir den nochmal angucke, weiß ich nicht. Das ist wieder so ein Ding, der muss erst mal genug in Vergessenheit geraten, glaube ich. Und den mal wieder... Vielleicht hat man dann ja auch Mensch, hat es Spaß gemacht. Kann ja sein. Killer of Sheep kenne ich wieder nicht. The Woman Under the Influence. Ja, ist bestimmt wieder ganz Ruhekunst. Woody Allen. Könnt ihr mich mit jagen? Es gibt keinen einzigen... Das ist auch wieder... Ich sage hier wieder Sachen, ne? Aber ja, ich tue es einfach. Mein Kanal, meine Videos, meine Meinung. Es gibt keinen einzigen guten Woody Allen Film. Punkt. Es existiert kein guter Woody Allen Film. Der Typ kann weder Regie führen noch Schauspielern. Ende der Ansage. Das ist meine feste Überzeugung. Geht weg mit Woody Allen. Ja? Diesen kleinen, notgeilen Giftswerk mit seiner Hornbrille da. Habe ich nie verstanden. Ich habe das nie verstanden, was all dem so toll ist. Und das werde ich auch nie verstehen. So, weg damit. Some Like It Heart kenne ich nicht. Metropolis hat sich Christian gegeben. Werde ich mir irgendwann auch nachrüsten in der gleichen Fassung, die er hat. Der interessiert mich sehr. Alleine schon wegen der Optik. Ich habe da auch die Anime-Version, wenn man so will. Ich möchte ihn gerne mal, auch mal die Erfahrung machen, den zu gucken. In der möglichst vollständigsten Fassung, die er, die Christian halt hat. Irgendwann gebe ich mir den mal. Die Flohmärktsaison. Ich freue mich so auf die Flohmärktsaison. Ich glaube, ich kaufe mir gar keine neuen Sachen mehr. Ich hole die Spaßgrenze nur noch für Flohmärkte. Für kommende Flohmärkte. Maltese Falcon habe ich auch nie gesehen. This Is Spinal Tap auch wieder. Habe ich ja mittlerweile auf DVD gehabt und auch wieder abgestoßen. Ja, auch das. Jahrelang als Metal-Fan, wie oft ich mir anhören musste. Was? Du hast den Spinal Tap-Film nicht gesehen. Du musst du unbedingt gucken. Der ist ja so geil. Und oh, Wahnsinn. Und so gut. Und oh, was lag man mir damit in den Ohren. Ein lieber Kollege vom Radio, der da schon lange nicht mehr dabei ist, aber ja, ne. Der hat mir das dann mal geschenkt, das Ding. Ich habe dann ganz gezielten Musik-Feedback extra gemacht als Dankeschön und den Film geschaut. Und meh, braucht kein Mensch den Film. Ist ja eine Fake-Doku über eine Band, die es nicht wirklich gilt, aber komischerweise gibt es drei CDs von denen. Ja, schon klar. Aber naja, auch nach dem Film. Die haben ein weiteres drittes Album nach dem Film noch gemacht, die Band, die es nicht gibt. Aber naja, komm. Das war jetzt auch kein Scheiß, der Film. Aber dieser Kult-Film-Hype an diesem Film entzieht sich meines Verständnisses. Komme ich nicht drauf klar. Verstehe ich nicht. Weiß nicht, warum. Vor allem, ich musste den ja auch in Englisch gucken, obwohl er im Fernsehen in deutscher Synchro gelaufen ist. Ist auch wieder so ein Ding. Wenn du weißt, der ist vernünftig synchronisiert worden mal irgendwann, dann willst du den auch in der deutschen Synchrofassung haben. Irgendwann muss ich mir auch mal den Film Freaks nachrüsten. Den gibt es nämlich auch mittlerweile koloriert und deutsch. Habe ich rausgefunden. Muss ich irgendwann auch mal updaten, das Ding. So, weiter. It happened one night. Kenn ich wieder nicht. Die Hard, kenn ich nicht. Okay. Ich will jetzt hier renten. Ich will jetzt hier nicht was Gutes über Filme sagen. Nein, Spaß. Ja, Die Hard, mega. Die Hard war damals eine große Wende im Action-Genre, kann man sagen. Das Action-Genre war zu der Zeit 1988 dominiert von toughen Helden, muskelbepackten, unbesiegbaren Superhelden eigentlich, von man fast schon so will. Die Männer waren alle eisenhart und mega cool und keine Ahnung, Sachen, die heute gar nicht mehr denkbar sind. Also alles, was heute von Hollywood gehasst wird, das waren damals die Helden. Und dann kam plötzlich John McClane, der ganz normale Ex-Cob, der die ganze Zeit leidet und immer verletzt, immer mehr verletzt wird und durch die Hölle muss und kämpft wie ein Wilder, aber trotzdem am Ende dann gewinnt. Das war einfach mal was anderes im Gegenzug zu diesen Phantomkommando und ähnlichen Geschichten. Ja, aber das ist, ja, der Erfolg gab dem Film recht. Und es war nur logisch, dass man im zweiten Teil einfach das Konzept nochmal wiederholt, aber an eine andere Location verlegt, nämlich zum Flughafen, vom Hochhaus zum Flughafen. Aber mit Teil 3 haben sie sehr gut die Kurve bekommen, was das für ein geiler Action Film. Gerade gemessen am heutigen Filmgeschehen. Die Hard 3, das ist das Meisterwerk, ohne Scheiß. Ja, und dann kam der vierte, den mag ich auch noch. Das ist ähnlich wie Indiana Jones 4. Ich mag den, der hat sehr gute Momente, ist aber schon nicht mehr so, ja, über den fünften möchte ich nicht reden. So, The Conformist, kenne ich wieder nicht. The Thing, Carpenter, die goldenen Zeiten, in denen Remakes noch was Gutes waren. In denen es hieß, ja, der und der Film wird Remaked. Ah, geil, ja, cool. Ja, da bin ich aber gespannt drauf. Boah, da machen die bestimmt einen richtigen Kracher draus. Heutzutage, genau umgekehrt. Ich hab jetzt noch, lass mich kurz nachdenken, was hab ich neulich gehört, was Remaked wird? Ja, ich weiß nicht, ob das ein April-Scherz war. Musst ihr ja mittlerweile aufpassen, ne? Wir hatten ja jetzt den 1. April. Aber vielleicht ist da ja was dran. angeblich wird Arachnophobia Remaked. Arachnophobia! Einer der für mich Top-Tier-Besten Tier-Horror-Filme neben Jaws, neben der weiße Hai, überhaupt. Das ist wirklich wieder ne Kategorie-Film? Das remakst du nicht. Das brauchst du nicht mal zu remaken. Da ist, da, da, das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Ja, und das ist das aktuelle Remake-Thema. Aber das hier, das war damals halt großartig. Die Tricktechnik und der Film hat mich halt zum Horrorfilm gebracht. Ungewollt. Als kleinen Steppke, ja. Ich war 5 und, äh, glaube ich, 5 oder 6. Ne, warte mal. Weiß ich nicht mehr. 5 oder 6 war ich. Ich war noch nicht in der Schule. Ich wurde mit 6 eingeschult. Und, äh, ich hab die Geschichte schon tausendmal erzählt. Ich wollte mal eigentlich einen E.T. Trailer nachts angucken. Mein Vater hat mich extra aufgeweckt und ins Wohnzimmer geholt. Ich war alleine im Wohnzimmer, weil mein Vater sich ein Sandwich gemacht hat. Ja. Wurstbrot, so hießen damals, so hießen damals Sandwiches, könnt ihr euch noch erinnern, als Sandwiches noch Wurstbrot hießen. So, und, ähm, als er wieder reinkam, lief gerade die Herzmassage-Szene aus, the thing, uncut, in voller Länge, bis der Kopf wegläuft und mit dem Flammenwerfer, äh, hinterher gepustet wird, ne, und so. Und mein Vater hat mich die ganze Nacht lang und die ganzen nächsten Tage über Spezialeffekte aufgeklärt und haste nicht gesehen. Hat mir kleine Monster gebaut aus Latex, Handpuppen gemacht, Junge, angemalt aufwendig. Er hat sich da richtig reingesteigert und ein kleines Hobby fast schon rausgemacht. Ich wünsche dir diese ganzen Handpuppen-Viecher, die gäbe es noch. Das war so ein kleines, der eine war so ein braunes Alien mit so einem, ja, da hat er so ein, da hat er so ein, so ein, äh, äh, es gab damals hier einen Bastelladen und da konntest du alle möglichen Scheiß kaufen, Glasaugen, Glaszähne, Porzellanzähne, so Tierzähne, so lange, ne, das hat er dann alles so reingebastelt und da hat er das links und rechts und zwei so Glubschaugen. Links und rechts aus dem Kopf guckten die so raus, so wie Antennen, die nach vorne guckten und dann so Kulleraugen, die hat dann diese Glasaugen reinmodelliert. Ja, alles aus diesem, diesem, diesem Bastelzeug, was du dann im Backofen hart brennen kannst. Und da hat er da so eine, so eine Handpuppe draus, das war mega, das Teil. Ich meine, ich weiß nicht, wie das heute aussehen würde, natürlich, das ist ja auch kein Stan Winston Prop gewesen, nein, aber das ist cool, hat man Faller nur gemacht, um mir Spezialeffekte zu erklären und zu zeigen, hier siehst du, so sieht dann so ein Monster aus und wenn du es ja so richtig beleuchtetst und mit künstlichem Schleim vollschmierst oder so, dann ist das irgendwie ein lustiges Monster in einem Film. So, das hat funktioniert, ich hab's kapiert, ne. Ja, gut, da bin ich mal Faller auch ewig für dankbar, ey. So, weiter. Ja gut, der Film ist natürlich klar, auch wieder ein Film, der hat zwar viel Optik zu bieten, ne, die ganzen Special Effects, die ganzen Kreatureffekte und so, mega geil, alles handmade, ne, aber das reicht dem Film nicht aus, nein, der hat auch sehr gute Charaktere und punktet mit einer Atmosphäre, die bis heute ihresgleichen sucht. Diese Spannung, das Misstrauen zwischen der Charaktere, wer ist jetzt infiziert, wer nicht, wie kriegen wir das raus, jeder hat Angst vor jedem, jeder wird verdächtig, jeder könnte es sein, das kriegen die heute gar nicht mehr auf die Reihe, vergiss es, das wird der heutige, das ist überhaupt nicht mehr möglich, keiner kann das mehr. Ich hab, ich hab vorgestern einen Film gesehen, der mir das nochmal bewiesen hat, das ist nämlich ein Film gewesen, den ich da vorgestern gesehen hab, von 2023, der sehr hoch gefeiert wird. Ihr habt sie ja alle nicht mehr, eben ohne Scheiß. Was ist denn los mit den Menschen da draußen? Du fragst dich wirklich, auf welchem Planeten bin ich hier eigentlich irgendwie gelandet? Wurde ich nachts von außerirdischen Entführten auf eine Parallelerde versetzt oder so? Oder bin ich einfach gestorben und in der Hölle gelandet, ohne es gemerkt zu haben? Weiter. Ähm, Daughters of the Dust, kenn ich nicht. Barry Lyndon, kenn ich nicht. Raging Bull, das ist hier, äh, wie ein wilder Stier, ne? Ja, genau. Hab ich mal gesehen im Fernsehen, ist halt ein Boxing, Boxingfilm mit Robert De Niro. Fand ich okay, hab mich aber nicht umgehauen, hab ich mir nie in die Sammlung geholt, weil, ich war ja immer Team Rocky, ne? Aber ja, als Boxerfilm, ja. Ähm, Seven, ja, ist ja auch ein, jetzt wollte ich gerade sagen, hä? Ich hatte ja hier gerade so im Augenwinkel, hier unten Brad Pitt, ich dachte, hä, sitzt da Mr. Bean? Macht mal, macht mal die Augenhype zu, sieht aus, als würde dort Mr. Bean. Was zur Hölle? Manchmal spielt das Gehirn, aber auch ein Streiche, ey. Also, äh, das ist halt auch so ein ikonischer Thriller, der ja dann so dermaßen Impact auf die Szene hatte, dass ganz, ganz, ganz viele Serienkiller-Thriller kamen, die alle versucht haben, auf diesen, auf diesen Hype-Train aufzuspringen und dann in dem gleichen Look auch was zu machen. Ähm, ja. Von wann ist eigentlich, Schweigen ja Lämmer, ich fand ja immer, äh, Seven ist nur geklaut von Schweigen und Lämmer, von der Optik her. Aber ist auch nur meine Meinung, ne? Ähm, den hab ich nie gesehen, weil, ja, Klaus Kinski, ich kann den halt nicht sehen, obwohl ich mir den eigentlich angucken müsste, ist nämlich ein Ritterfilm im Grunde genommen. Ich weiß, da gibt's wohl irgendwie keine Action, ja, aber ja, er wird ja dann irgendwo auch irgendwie immer wahnsinniger oder was, ich hab da mal schon mal irgendwas drüber gelesen irgendwo, aber keine Ahnung, ob der dann was kann trotzdem als Film, ja, muss ich, glaub ich, auch nicht, muss ich auch, muss ich auch nicht rausfinden. The Battle of All Gears, hab ich, glaub ich, auch nie gesehen, äh, No Country for Old Men, absolut oberhalb das Schrottfilm, Junge, du kannst es dir nicht ausdenken, wie unbefriedigend willst du deinen Film haben? Ja. Also das ist, das ist, das ist, weiß ich nicht. Ne, das ist einfach filmische Zeitverschwendung, okay? Also mein Rat, ihr braucht nicht auf mich hören, hört nicht auf mich, aber mein Rat ist, verschwendet damit keine einzige Sekunde Lebenszeit. Ihr werdet es im Nachgang bereuen. Meiner Meinung nach. Ähm, Woman on the verge of a nervous breakdown. Aha, aha, ja, ja. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber ist das wirklich so? Ich übersetze es jetzt mal hier so. Ich, ich kopiere das nicht raus. Moment. Frauen am Ra... Ra... Heißt das? Tatsächlich, der heißt so. Aha, nein, nein. Ist das der? Warte, 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 88. Aha, ein spanischer Film. Es gibt den sogar in Deutsch. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Hab ich noch nie gesehen. Nicht mal die VHS. Sehe ich ja hier gerade, ne? Ich bin nie begegnet. In meinem ganzen Leben. Was hab ich zu VHS-Zeiten? Gerade so ne, diese Columbia, diese kleinen Columbia-VHS, diese, diese Supermarkt-Dinger, ne? Hab ich so ein bisschen auch gesammelt. Jedenfalls die Sachen, die ungeschnitten waren. Manchmal bedeutete, eine, 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 äh, Verkaufs-VHS auch, ja, geschnittene Fassung. Aber es gab ja auch 16er-Filme da drunter, die auch, auch, auch in der Verleihfassung ab 16 Uhr waren. Die hab ich dann so ein bisschen gesammelt, weil die sah ganz gut aus, wie die so nebeneinander standen, fand ich damals. Es ist mir auf, ich war auf, ich, ich kann euch gar nicht aufzählen, auf wie viel Fuhnberg nicht in meinem Leben war. Wegen VHS ganz gezielt. Das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet. Der Film war einer der besten Filme aller Zeiten, ne? Weil es um Frauen geht, um starke Frauen wahrscheinlich, ne? Ich hab keine Ahnung. The Discreet Charme, ja komm, ey, hau doch ab. Ich guck jetzt nur noch die Filme, ich sag jetzt nur noch was zu den Filmen, die ich auch kenne. Ich scroll jetzt einfach hier von drüber. Caligari hab ich wahrscheinlich mal im Fernsehen gesehen, kann mich aber null dran erinnern. Kenn ich auch nicht. Don't look now. Don't look now. Da muss ich wahrscheinlich wieder den deutschen Titel wissen. Vor allem immer Drama. Drama, Drama, Drama. Junge. Ach, das ist, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ernsthaft? 73? Ja, okay. Wenn die Gondeln Trauer tragen. Ja, hab ich heute nie gesehen. Der gilt ja sogar als Horror und Mystery. Ich wette, wenn ich den irgendwann tatsächlich mal sehe, werde ich feststellen, ja, da ist überhaupt nichts Mysteriöses oder Horrorhaftes. Und wenn ihr wisst, Horror, bei mir ist Horror immer im Zusammenhang mit einem ganz klar unerklärlichen, fantastischen Element. Monster zum Beispiel. Geister, weiß ich nicht. Sowas halt, ja. So, das ist jetzt 98. Also ist das jetzt hier Platz 2 oder Platz 98? Weiß ich nicht. Na, so dann, nee, das ist ja Platz 2 hier. Bonnie und Clyde, hab ich gesehen. Irgendwann mal im Fernsehen wahrscheinlich, aber weiß ich nicht. Hab mich nie abgeholt, hab ich dann immer weitergeschaltet. Mittlerweile könnte es aber sein, dass er mir gefällt. Ich weiß es nicht. Und Get Out. Auf Platz 100 oder auf Platz 1? Ich hab die Liste nicht verstanden, aber ich denke mal auf Platz 1. Ja? Nein, Platz 100, oder? Ich mein, du kannst, ich mein, das hier ist jetzt Platz 100, Platz 1, wie wir dann 2001. Okay. Umgekehrt. Hahaha. Geh sterben. Okay. Weiter. Ja, gut, Get Out. Ich hab den hier auf Blu-ray zum Rewatchen. Als er neu war, gab es ja auch einen riesen Hype um den Film. Hab den erstmal auch verweigert eine Zeit lang, so ein paar Wochen. Aber dann kamst du nicht mehr drum rum. Dann hab ich ihn geguckt und dachte dann auch, ja, ist okay, ist ein guter Film, aber dieser Hype, mein Gott, Leute, ey. Ja, aber naja. So. Und alles andere von dem Regisseur, was danach kam, alles Schrott. Uneingeschränkt. Aber ja, gut. Meiner Meinung nach, ne. So, jetzt kommen die besten Filme 2024 bisher. Aber ich wollte ja mir die Seite angucken, was machen wir denn jetzt hier im Anschluss? Weil das wird jetzt schnell gehen, die kennen die alle nicht, die Filme. Also hier, wisst ihr Bescheid, die besten Filme des Jahres 2024. The Zone of Interest. Kann ich nichts zu sagen, das war nicht irgendwas mit Effekten überladenes. Künstler, radikale neue Perspektive. Ja, keine Ahnung. Auschwitz, hat was mit Auschwitz zu tun. Ach, die Scheiße. Ja, das ist dann, dann bin ich da schon wieder raus, denn es ist ein Thema, das ich nicht mehr sehen kann. Ja. Mein ganzes beschissenes Leben musste ich mir von allen Seiten immer wieder reinpressen, wie böse die Nazis waren und dass ich ja das dafür gefälligst zu leiden habe. Ja. Was musste ich mir viele Dokus zu dem Thema reinmeddeln und was gab es endlos viele Filme dazu, zu dem Thema. Auch gute, ja. Aber ich gucke mal zum zehntausendsten Mal Schindlers Liste an, als nochmal wieder eine neue Produktion über das Thema. So. Poor Things. Ja, der Pedofilm. Für mich ist das der Pedofilm, ja. In den Körper dieser erwachsenen Frau wird der Verstand eines Kleinkindes eingesetzt. und dann wollen alle mit ihr Vögeln. Das ist eigentlich die ganze Handlung des Filmes. Ja, und am Ende wird sie das Böse. Sie wird nachher absolut widerwärtig und bösartig. Eine rachsüchtige Verrückte. Damit endet der Film. Ja. Das ist natürlich alles in wunderschöne farbige Bilder verpackt, ne. Style over Substance. Ähm, Dune Part 2 habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich warte, bis die ganze Reihe beendet ist und zwar komplett beendet, bis es heißt, so, das war's. Wir haben fertig mit Dune. Dann gucke ich mir den ersten Teil an. Vorher nicht. Ich hatte nämlich keine Lust auf eine offene Geschichte. Na, du holst dir irgendwie neun Teile, ja, dann ist er aber eingestellt und zu Ende erzählt wird die Geschichte nicht. Ne. Dann spare ich mir wirklich die Lebenszeit. Wirklich. Aber ja, mag sein, dass die cool sind. Keine Ahnung. All of us strangers kenne ich nicht. Nie von gehört. The Taste of Things reizt mich nicht mal, wenn ich das Bild schon sehe, da, ey. Aber na ja. The Iron Claw. Die Eisenklaue. Was ist da denn? Wrestling Film oder was? Mit Zac Efron. Ja, okay. Okay. Das sagt doch eigentlich schon alles. Ein Wrestling Film mit Zac Efron. Es geht ums Wrestling. Guckt euch die Hühnerhähne an hier. Ja. Bei der Hasenjagd werden die weggeschmissen hinterher, weil jetzt sind wir nicht dran. Ja, okay. The Hold of Us kenne ich nicht. Monster. Wie? War es schon wieder im Film, der Monster heißt? Keine Ahnung. Do not expect too much from the end of the world. Ja, 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 ja. Keine Ahnung. Kenne ich alles nicht. Origin. So, dann haben wir hier, kenne ich auch irgendwas hier mal. The Promised Land. Hier wieder mit Mass Mikkelsen. Schon wieder ein Western mit ihm, oder was? Er hat doch schon mal ein Western gespielt, oder? Sieht aus wie ein Western. Keine Ahnung. Priscilla. Ja, warum mache ich das hier überhaupt? American Fiction. Auch von den Titeln her reizt mich hier nichts. Auch die Bilder, die hier angeboten werden. Ich meine, wenn ich jetzt einen Film anbiete, das ist ja jetzt keine Filmwerbungsseite, ja, aber wenn ich jetzt einen Film in so einem Essay hier, in so einer Liste setze und dann bewerben will, hier, das ist einer der besten Filme des bisherigen Jahres, ja, dann haue ich doch ein Bild rein, wo du sagst, wow, was geht da denn ab? Das ist interessant. Was passiert denn da so? So ein guter passendes Bild raus. Das ist alles, guck doch die Scheiße an, das ist ein Film, den ich nicht sehen will, wenn ich die beiden Weiber auch schon sicherlich schon wieder eins zu viel. Ah, gut, okay. Ja, hier, ein schönes Gebäude sieht man hier. Skala. Toll. Das. Out of Darkness. Das erste Bild, wo ich sag, hm, was ist das? Windswept Stone, es ist Stein, das ist die Steinzeit. Echt? Die Marsha Supreme mit der Sonne in Caving Hall des Sands Ich muss hier einen Übersetzer reinschreiben, bevor ich es jetzt wissen hier. Ich mach dann gleich wieder aus, weil die Titel sind ja sonst. Ähm, nochmal. Andrew Cummings Debütfilm ist ein windgepeitschter und steinzeitlicher Vorfahre von Neil Marshalls überaus unangenehmen Höhlenhorrorfilm The Descent. Eine kleine Gruppe früherer Siedler durchquert eine trostlose Highland-Landschaft, um dann auf mysteriöse Weise und ziemlich gewaltsam durch die Hände einer dämonischen Präsenz im Wald zu sterben. Der Schottische Regisseur weiß und bla 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 bla. Ja, das ist ein Präquel zu Descent, oder was? Und was, wo spielt das? Ähm, Frühe Siedler in den trostlosen Highlands. Ja, in den Highlands gibt es offensichtlich Friseure. Ja, hier mit, 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 mit Schermaschine, ne? Offensichtlich. Aber ja, das ist super. Bestimmt ein ganz toller Film. Äh, warte, ich mach wieder hier, äh, warte, kann ich, hier, nee. Mach wieder Englisch los. So. Ach, das war's! Ja, oh ja, gut. So, was haben wir hier oben denn? Was haben wir hier? Food und Drink. Die besten Sandwiches der Welt. Okay. Sind das alles nur Listen, oder was? Ach so, das sind nur Kategorien für die Listen, die man hier so findet. Coca-Cola Foodmarks, was soll das? Äh, ich wollte es gar nicht wissen, es geht vielleicht irgendeine Werbung los. Okay. Eigentlich bin ich jetzt fertig, und zwar auch mit den Nerven. Wie lange mach ich das jetzt hier schon? Eine Stunde vierzig. Okay. Mach trotzdem mal weiter. Jetzt gucken wir uns das die 100 besten Horrorfilme an. Ich hab keine, kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich hab echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich versuche mich jetzt hier wirklich kurz zu halten, Leute. Also, Exorzist. Wie gesagt, ja, halte ich auch tatsächlich bis heute für einen der besten Horrorfilme, was das Thema Atmosphäre angeht. Ja, und die Kleine macht das auch gut, aber jedenfalls im ersten Teil, ich muss irgendwann die ganzen anderen Filme, ich hab noch keinen einzigen von den offiziellen Fortsetzungen gesehen, abgesehen von dann Exorcist, The Beginning und diesem Dominion-Quatsch. Ja, das hab ich gesehen, ja. Alles andere nicht. Irgendwann mach ich das mal, hol das mal nach. So, dann, Shining hatten wir gerade eben schon, Texas Chancellor hatten wir gerade eben schon, A hatten wir gerade eben schon, Psycho hatten wir gerade eben schon, The Thing hatten wir gerade eben schon. Und hier, so macht man das, genau. Das ist ein Bild, wo du sagst, was ist da denn? Was geht da ab, Alter? Dann liest man sich das auch durch, ja. Ähm, Rosemary's Baby, na jen, na jen, nervig, langweilig, typischer Polanski. Ich weiß, es gibt Leute, die lieben den, die feiern den, ich verstehe das nicht. Ich hab das auch, das ist auch wieder so ein Film, den hab ich so oft versucht, ich hab es so oft versucht, Mann. Das zündet bei mir null, null, absolut null. inklusive einem oben, dann hältst du das Ding schon bis zum Ende durch. Und dann kommt noch ein oberunbefriedigendes, scheiß Arschloch Ende, ja, also ne, ne. Äh, Halloween, auch komplett überbewerteter Quark. Ohne Scheiß, bin ich raus. Kann ich nichts mit anfangen. Ganz einfach. Michael Myers kann gerne zur Tür wieder rausspazieren, so langsam wie er rein spazierkommt, ja. Find ich komplett, ich hab vor ihm keine Angst, der ist überhaupt nicht bedrohlich, da geht überhaupt keine Bedrohung von aus, da ist ein Typ mit dem Messer, ziehst du eine Wumme und ballerst dem verdammt nochmal den scheiß Schädel weg, da ist dann weg der Typ, ja. Also echt, das ist so, nein, einfach, nein, nein, ich hab das nie verstanden, aber ja, ikonisch und Begründung des Clasher-Genres, und das ist dann auch schon der einzige Grund, warum er dann den Status hat, ich weiß es nicht. Und immer wieder Jamie Lee Curtis, bis zum Tode wird die das weiterspielen, 100 pro. So, Dawn of the Dead, 1978, ja, Zombies im Kaufhaus, ne, klar, Klassiker, ja, viele lachen ja über die grünen Zombies, natürlich, ne, aber nein, ich find den gut, und ich hab die, äh, hab ich die eigentlich noch? Ich glaub ja, ich hab auf DVD diese komische Fassung, wo alles zusammengerotzt wurde, dieses inoffizielle Ding, ist glaub ich ein Bootleg dann, oder? Ich hab keine Ahnung, ist das nicht sogar von Astro? Ich weiß es gar nicht. Äh, äh, ja, die hab ich, weil da hab ich alles an Bildmaterial, was da entstanden ist, zu diesem Film. Und ich kann den auch gucken, trotzdem, ich hab da keine Schmerzen mit den, dann in dieser kompletten Fassung anzugucken. Mir ging's dabei nicht schlecht, ja, aber naja, da gibt's ja wieder, nein, das darfst du nicht, du musst die Fassung gucken, nein, du darfst, das nicht, nicht die, die muss du gucken. Oh, Leute, was ist da los mit euch, ey? Aber ja, Jaws hatten wir gerade auch, Suspiria, nein, nein, ich hab den sogar auf DVD, hier von Dragon, irgendwann guck ich mir den nochmal an, aber diese ganze Jallos-Scheiße ist einfach nur alles für mich, langweiliger Müll. Und Ende. Irgendwann, wenn ich den für einen Euro mal finde, was nicht passieren wird, hol ich mir das Remake, weil, ausgerechnet das Remake, nicht das Original, nur das Remake, befindet sich aus mir unerfindlichen und unbegreiflichen Gründen auf der Lovecraft-Liste. Deswegen werd ich mir den irgendwann nochmal angucken, auch im Vergleich generell, vielleicht ist der ja vom Look her nicht so lahm. Oh, das sind so schöne Farben. Jallos haben immer so schöne Farben. Oh ja. Ja, wenn du kräftig genug an einer beschissenen Shisha ziehst, hast du auch genug Farben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich versteh das nicht, ehrlich nicht. Das ist für mich kein Argument, einen Film gut zu finden. Schöne Farben, schöne Kamerawinkel. Ja, ich kann mir auch irgendwie eine Farbleuchte ins Klo stellen und aus ganz tollen, interessanten Kamerawinkeln meine frisch ausgeschissene Kacke filmen. Findest du das dann auch geil? Ist das dann auch einer der besten Filme von aller Zeiten? Das war jetzt wieder zu heftig und völlig drüber, aber ja, ich rente hier gerade wieder. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber naja. Ich bin halt kein Fan von Jallos. Das ist einfach ein Thema, ein Genre, das ich nicht mag. Fertig. Ich führe wieder das andere Beispiel an. Stellt euch vor, ihr mögt keine Kriegsfilme. Oder ihr mögt keine Western. Ihr mögt keine Tanzfilme. Ihr mögt keine... Keine Ahnung. Ihr mögt nicht die Teletubbies. So. Ja. So fühlt sich das für mich an, so einen Film dann gucken zu müssen. Ja. Weiter. Äh, Night of the Living Dead hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch schon. Die Innocence sagt mir nix. Carrie. Ja, aber bitteschön, der von 76. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Remake. Ja. In der Carrie wirkt, als wäre sie die Dominante in der Familie und nicht die wahnsinnige Mutter. Es wirkt so, als hätte die Mutter Angst vor Carrie und nicht umgekehrt. Ja. Wie kann man... Ja, ich bin Chloe Moretz. Ich spiele nicht das Opfer. Nein, nein, nein. Meine Mutter hat Angst vor mir wegen meinen coolen Kräften. So kommt das in dem Film rüber. Dies ist eines der beschissensten Remakes, die ich jemals gesehen habe. Aber ja, das sind bei mir immer Thema Remakes, ne. Ähm, American Web of in London. Ja, absolute Kracher. Die, äh, Szene, die wir hier sehen, hat ja nicht umsonst Preise abgeräumt, ne. Und funktioniert auch heute wahrscheinlich noch gut. Muss ich dringend rewatchen, ich hab den auf Blu-Ray hier. Irgendwann geb ich mir immer wieder und, ja. Das ist aber auch wieder ein Film wie der Weiße Hai. Ich hab den halt auch so brutal oft gesehen. Ich hab den geliebt, damals den Film. Das war über Jahrzehnte unangefochten mein Lieblingswerwolf-Film. Ja. Mittlerweile gibt es schon ein paar Konkurrenten, aber wenn ich die jetzt hier nenne, mach ich mich nur wieder unbeliebt. Beste, findest du gut? Ja. Da sind wir dann bei Bad Moon oder bei, ähm, Wolfman mit Del Toro und so, ne. Benicio. Ja, Evil Dead 2, warum nicht 1? Aber ja, die ersten 3, Evil Dead, find ich auch absolut großartig. Kann ich mir auch immer wieder angucken. Ja. Äh, Ash ist auch ein Charakter, der eine Entwicklung durchmacht. Zu dem ganzen Rest möchte ich jetzt einfach nichts mehr sagen. Ähm, The Fly, auch wieder ein Punkt hier zum Thema Remake. Damals waren Remakes noch ein Highlight, ne, das ist heute nicht mehr möglich. Es wird auch nicht mehr möglich. Also wenn ich, wenn ich die Worte nicht mehr anbringe im Zusammenhang mit Filmen, dann meine ich das auch endgültig. Da kommt nichts mehr. Lasst alle Hoffnung fahren. Es wird nur immer noch fie, 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 fie schlimmer und schlechter. Denn das nächste, der nächste Schritt ist nicht eine, eine Renaissance der Qualität, ja, das Wiederkommen von Effekten, Handmade-Effekten oder von guten, ikonischen Schauspielern, dass wir wieder Gesichter im Kino bekommen, hier präsentiert bekommen. Dass der deutsche Markt wieder Stimmen einstellt für Synchronarbeit. Nein. 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 Das macht, der nächste Schritt ist KI. Und da, ja, die Stimmen, die kriegen wir wieder. Aber die Alten in KI-Form, da hast du wieder Thomas Danneberg. Da spricht irgendein Dulli, ja, aber die Stimme klingt halt wieder durch KI wie Danneberg. Ganz einfach. Ja, und wir werden auch die alten Schauspieler wieder in neuen Filmen sehen. Wir werden wieder Bruce Lee auf der Leinwand sehen und so. Alles KI generiert. Könnt ihr euch dann ja entscheiden, ob ihr das feiern wollt oder nicht. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, sage ich mal. Wart mal mal ab, was da für Schindler mitgetrieben wird. Andererseits finde ich irgendwo den Gedanken auch cool, ja, denn, ich wäre ja ein Doppelmoralist, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde. Also, ich finde das total beschissen, dass dann irgendwann wieder Bruce Willis Filme kommen. Das finde ich total scheiße. Das ist dann ja nur ein digitaler Bruce Willis. Das will ich nicht. Ja, aber ich versuche händeringend das Spiel auf Playstation 1 Apocalypse zu kriegen, weil das Spiel zu Bruce Willis, ne. Ja, stell dir mal vor, das ist halt auch ein digitaler Bruce Willis. Das ist dann plötzlich super und toll und ach, geil, ne. Aber in Filmform und Gottes Willis bloß nicht. Nein, nein. Ja, ist halt Doppelmoral. Ist einfach. So, ähm, Let the right one in, hier, das ist, so findest du da die Nacht, sowohl das Original als auch das Remake habe ich gesehen. Stink langweiliger Scheiß. Auch wieder komplett overhyped. Dieses super starke kleine Vampirmädchen da, was für ein Scheiß. Es gibt drölfzig Zillionen andere Vampirfilme, die, die Milliarden mal geiler sind. Ganz einfach. Äh, Nightmare, ja, ist natürlich auch eine Ikone, der gute Freddy Krueger, klar, keine Frage. Habe ich auch behalten, ich habe da diese komische Gesamtbox, reicht. Aber, ähm, kann ich mich doch zu gut daran erinnern, an den ganzen Kram. und inzwischen, inzwischen würde ich diese Filme wahrscheinlich, wenn ich die rewatchen würde, würde ich sie wahrscheinlich hassen. Wisst ihr auch warum? Früher, also ich mochte die Filme immer schon. Früher hat mir nur daran nicht gefallen, ja, dass Freddy eigentlich nie wirklich, wirklich konsequent besiegt wird von einem Gegner, der seiner würdig ist, sondern immer von einem Mädchen, ne. Das war schon so, ja, hat mich damals schon, hat mich das schon genervt, diese Final-Girl-Scheiße, ja. Ja, und heute würde ich gar nicht mehr wollen, dass er besiegt wird, heute würde ich nämlich wollen, dass er überlebt und alle platt macht. Was ja aber auch nicht passiert, ne. Von daher, na gut. So, ähm, ja, aber, ja, ja, nee. Das ist auch geil. Ich rede ja nicht scheiße, ey. Ich hatte übrigens noch kein Abendbrot. Ich entschuldige damit die Trockenheit in das Gehirn ist, okay. Ja, also es ist tatsächlich ein sehr geiler Film. Takashi Mikes Audition. Keine Frage. Aber es ist kein Horrorfilm. Tut mir leid. Es ist für mich kein Horrorfilm. Das ist ein Thriller. Da kommt auch wahrscheinlich noch, so, da muss auch 7 noch kommen. Ja, das ist nur ein Thriller über eine, über eine Irre. Eine irre Olle, die da, den, den Typen da nachher dann da. Aber was da abgeht, ist schon richtig geil, ne. Das ist so, wenn man diese harten Thriller mag, so in dem Stil, Slow-Burn-Thriller, die, die einen harten Impact haben, dann funktioniert der wirklich gut, ja. So, weiter. The Haunting. Hab ich wahrscheinlich gesehen, sagt Mitzel spontan nix. Es gibt ja auch 30, 30 Millionen Filme, die heißen The Haunting, aber ja gut. Oder Haunted. Ja, Nosferatu hatten wir schon. Da ist ja Freaks, ja. Ist echt ein schöner Klassiker, kann ich bestätigen. Hab den ja rewatched, in der Schwarz-Weiß-Fassung, auf Englisch, ne. Ich hab die DVD da. Ich würd mir den gerne mal in der kolorierten Fassung angucken, vor allem in Deutsch nochmal. Ich hab den damals im Fernsehen das erste Mal gesehen, da war der deutsch synchronisiert. Ja. Aber da war der nicht komplett. Die Fassung, die ich da jetzt habe in Englisch, die ist ja, hat ja ein längeres Ende und so. Das find ich auch geil, dieses längere Ende. Das find ich auch wichtig für die Charaktere eigentlich. Da weiß ich ihn auch wieder nicht. Wenn ich mir den jetzt update, werd ich wahrscheinlich die englische Fassung behalten müssen, weil bei dem Update wahrscheinlich die Fassung wieder nicht komplett ist. Ich weiß das nicht, ey. Das ist ja auch immer so ein Rumgehühner mit den Lass doch einfach mal die Filme komplett, der Gott nochmal. Aber naja. So. Ja, ach so, ja. Ich hab gar nichts zu fliegs gesagt. Es dreht sich halt darum, dass halt ein Zirkus, ein reisender Wanderzirkus und die haben halt auch eine Freakshow, ja. Und dann ist da so eine ekelhafte Olle, die weiß halt von dem Erbe eines der kleinen Wüchsigen, der halt da in dieser Show da mitmacht und macht sich dann so ein bisschen an ihn ran, um ihn abzuziehen. Weil er erst so ein bisschen in sie verknallt. Da gibt es aber auch eine weibliche Kleinwüchsige, die wiederum in ihnen verknallt ist und das dann alles von außen beobachtet und ja, da stellt sich halt raus, dass die fliegt halt auf, die Alte natürlich dann, nachdem die aber schon verheiratet ist mit ihm. So, jetzt ziehe ich dich aus, ne, so nach dem Motto, naja, und dann kommt die Rache der Freaks. Und das ist halt ganz geil gemacht alles. Für so einen uralten Film von 32 ist das schon ein guter Ding. Kann man nicht anders sagen. So, dann haben wir hier das Omen, ja. Da sind wir wieder beim Thema Rosemary's Baby. Komplett overhyped, stinkend langweilig. Ich hab mir den rewatcht von der Zeit. Funktioniert nicht, der Film. Alleine schon, weil du weißt, dass es Fortsetzungen gibt, kann dieser Film gar nicht funktionieren. Du weißt ja, dass dieses Dax-Bike nicht sein Fett bekommt. Er wird ja sogar erwachsen. Ach so. Du kannst den Film nicht gucken mit der Erwartungshaltung, hier jetzt irgendwie ein Finale angeboten zu bekommen. Das macht bei mir schon den Film kaputt. Ist so. Da bin ich schon raus. Ich hab die Fortsetzung dazu auch nie gesehen, weil ich den ersten schon immer schon unterbeschissen, schon damals schon unterbeschissen fand. Furz langweilig, aber naja, Geschmackssache. Poltergeist, ja, das ist das komplette Gegenteil davon, weil da kriegst du halt ordentlich was angeboten, gutes Erzähltempo, interessante, gute Charaktere, dieses ganze Geisterjäger-Team mit der kleinen Oma daher da und so, ja, großartige Effekte, Handmade und ja, auch der zweite Teil, nahtlos, find ich auch genauso geil wie den ersten, auf Effektebene sogar noch ein bisschen geiler, was da so abgeht, mit der Zahnspange und mit dem großen Finale und, äh, mit dem, wie er da den, 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 den bösen Priester da auskorzt, wenn man so will, als komisches Viech und so, da sind geile Sachen drin. Die sind beide mega, ja, den dritten mag ich aber auch, aber da muss man schon Abstriche machen ein bisschen, wobei der dritte wieder auf sehr gute Atmosphäre setzt, ja, mit dem ganzen Spiegelkram da. Ähm, The Blair Witch Project hatten wir gerade schon, Evil Dead hatten wir nun auch, äh, The Birds, Die Vögel, ja, sehr geiler Film, ähm, für die damalige Zeit auch die Tricktechnik war schon was anderes mal und ich, äh, musste mal rewatchen, ich hab die DVD hier, hab ich nämlich lange nicht gesehen im Film, aber ich fand den damals schon auch, die Atmosphäre und Stimmung, die da so erzeugt wird, hat schon was, ist schon ein geiler Film doch. So, dann, The Changeling, The Changeling, 1980, ist das dieser Geisterfilm mit dem Stuhl, sag mal, hier, auf dem Dachboden, da, in diesem, von Spinnen weben, äh, äh, den, hab ich das richtig geschrieben? Ja, glaub ich ja, der hier, 80, ja, warum ist das Bild schwarz-weiß, der Film ist doch Farbe, den hab ich, hab ich auf DVD hier irgendwo, äh, äh, ne, die erste Auflage hab ich, mit dem Cover hier, oder die hier, kann auch die sein, weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, aus dem Kopf, egal, den hab ich auf jeden Fall, und das ist so ein bisschen, wenn man hier, Landhaus der Toten Seelen mag, dann ist das eigentlich auch ganz gut, findet, der geht so ein bisschen, on par mit Landhaus der Toten Seelen, Landhaus der Toten Seelen ist ein bisschen geiler, okay, aber ich fand auch, vor allem nachher das Ende, wo sie da diesen Raum finden, ne, mit diesem Staukelstuhl, den wir auf dem Cover jausten, das war schon echt creepy, hab mich auch mal in der Kindheit erinnert, als wir dann, in dem, in dem Haus der Eltern meines Kumpels, rumgewühlt haben dann, wenn die Eltern in Dänemark waren, und wir freie Bude hatten, stummfreie Bude, da haben wir ja auch dann ein paar Türen geöffnet, die immer verschlossen waren, und so, das war schon teilweise ähnlich creepy, oder der fucking Dachboden halt, ne, daran hat mich das mal so ein bisschen erinnert, und naja gut, so dann, also das ist auch wieder so ein Haunted House Film, der eher auf Atmosphäre, statt auf Jumpscares und Effekte setzt, ähm, Videodrome, ja, sehr schräger Film, muss man natürlich schon, in Stimmung zu sein für sowas, ist sehr abgefahren, und ich hab den auch bis heute nicht ganz verstanden, den Quatsch, ohne Quatsch, also es ist mir zu abgehoben alles, aber gut, bisher ist gut gespielt, hat was der Film, keine Frage, ja, aber ja, das ist auch so ein Film, den ich mir immer noch schön, schön sehen muss, ich mag den, so ist es nicht, aber so dieses Meisterwerk Level, einer der 100 besten Horrorfilme, geh ich jetzt nicht mit, außerdem find ich auch eher, das ist eher härtere Science Fiction, ja, naja doch, so, Cat People, hab ich hier, Katzenmenschen, nee, es ist ja ein 42er hier, oder ist das, was ich da hab, ein Remake dann, ich hab da so ein 80er Ding, ist das glaube ich, hab ich dann das Original nie gesehen, keine Ahnung, so dann, ja, da hab ich drauf gewartet, Hereditary, nein, da kommt bestimmt auch noch der Barberdruck, aber ja, auf dieser Liste hab ich nichts anderes erwartet, ja, hier, Käseesser Horrorfilm, ne, was für ein Schrott, eines der nervigsten Kackblagen der Filmgeschichte, Ende, das ist das einzige, was der Film zu bieten hat, weiter, die Frankensteinsbraut, klar, die alten Frankensteinsmumie, Werwolf, blablabla Filme, liefen ja auch im Fernsehen oft und viel, hab ich auch alle gesehen, aber ein weiteres Mal möchte ich die nicht sehen, weiß ich nicht, die sind natürlich, klar, Kultklassiker, überhaupt keine Frage, aber mir hat das nie Angst eingejagt, mir hat das nie, mich hat das nicht packen können, mir hat es nie Spannung irgendwie, was ich nicht, es musste dann immer, bei mir braucht es dann tatsächlich immer mehr, als hier so einen eulen Zombie oder irgendwie so einen eulen eingewickelten Zombie oder so ein Zombie mit spitzen Zähnen, der Blut trinkt oder ein Zombie mit Haaren dran, der Werwolf, nein, das ist ja kein Zombie, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ja, und wenn von den klassischen, dann war mein Favorit immer Team Werwolf oder der Gilman, also hier der Fischmensch aus der blauen Lagune, der schwarzen Lagune, ich meine, die blaue Lagune war, das war was anderes, ja, ach so, schwarzen Lagune, ne, den mochte ich, ja, und dann alles in der ähnlichen Form, wo halt ein Monster mitmacht, was Kreatives, konnte ja auch lustig aussehen, egal, ja, das, das kann ich immer wieder gucken, sowas, es gibt ja auch so wahnsinnig viele Filme, die ich nie gesehen habe, The Green Slime, mit diesen Tentakeldingern, die nur ein Auge haben, wie geil ist das, sowas will ich mir sofort holen, ja, aber die Dinger hier geben mir nichts mit, weiß nicht, was es ist, aber naja, so, Carnival of Souls, kenn ich nicht, Wicker Man, ja, braucht kein Mensch wieder, ich habe das Remake gesehen, reicht, weil ich weiß ja jetzt, wie es ausgeht, da wird das Original, wir sehen es ja auf dem Cover hier sogar, äh, auf dem Cover, auf dem Bild hier, Screenshot, wie es ausgeht, ja, da, in dieser, Spoiler, da, in dieser Strompuppe, die da brennt, ja, da ist der Held drin, ne, das Ganze läuft nur darauf hinaus, das ist alles eine Sekte, und er ist als nächster neuer Opfer für die nächste Ernte, und wird dann da in dieser Strompuppe mit verbrannt, Ende. Da habe ich euch als Lebenszeit gespart, schön. So, ähm, Frankenstein, das Original, klar, ähm, Eyes Without a Face, weiß ich nicht, habe ich das gesehen, ich glaube nicht, sagt mir das Bild gerade jedenfalls gar nichts, ähm, Jacob's Ladder, habe ich nie gesehen, darauf basiert ja, auf der Stimmung, oder wie war das, basiert ja, Silent Hill, Silent Hill zieht Inspirierung von Jacob's Ladder, habe ich mal irgendwo gelesen, habe ich nie gesehen, kenne ich nicht, bis heute nicht, aber ja gut, kann man ja auch nicht alles kennen, ne, Possession, kenne ich auch nicht, weil es den nicht in Deutsch gibt, Sam Neill in einem Lovecraftian Cosmic Horror Film, tatsächlich wohl, würde ich wahnsinnig gerne sehen, aber ist teuer wie Sau, und ich habe den halt, den gibt es halt nicht in Deutsch, soweit ich weiß, was ich auch nicht verstehe, ist ein Sam Neill Film, aber naja, und der würde mich echt interessieren, wahrscheinlich auch ganz nice, so als atmosphärisches, kleines Filmchen, ich erwarte da jetzt keinen Reißer, nein, aber so als atmosphärisches, allein nicht schon, ich sehe Sam Neill halt auch wahnsinnig gerne, von daher, aber ja, es ist, ja, The Devil's Backbone, habe ich gesehen, erinnere mich aber kaum dran, um ehrlich zu sein, hat mich wahrscheinlich nicht so abgeholt damals, Hour of the Wolf, ist wahrscheinlich irgend so ein Werewolf Ding dann, ne, okay, The Tenant, ach hier, der Mieter, oder wie heißt das hier, es ist ja auch wieder Polanski, oder ist das der von, ja genau, ja, geh weg, ganzen Polanski-Dinger da, geh weg, so, Schweigner Lämmer, okay, ist ein Horrorfilm, wusste ich nicht, ist ein Psychofilter für mich einfach, warum ist das ein Horrorfilm, und warum ist sieben, vielleicht kommt sieben, sorry, vielleicht kommt sieben ja noch, warum ist sieben kein Horrorfilm, das hier alles schon, okay, aber ja, ich mag den wirklich den Film, ohne Scheiß, immer noch, die Abas, ja, das ist die Geisterversion von Sixth Sense, ne, nicht inhaltlich, aber was das Ende angeht, wenn du das Ende kennst, kannst du diesen Film kein weiteres Mal gucken, der funktioniert dann nicht mehr so, wie beim ersten Mal, oder The Game mit Michael Douglas, du kennst das Ende, ja, dann funktioniert der Film nicht mehr so, man kann ja noch ein zweites Mal gucken, wegen der Logik, so ergibt das dann alles auch Sinn, im Zusammenhang mit der Auflösung und dem Twist am Ende, das kann man nochmal machen, das macht auch Spaß, und dann war's das, ja, das sind, das sind Alzheimer-Filme, ne, die kannst du behalten, weil wenn du dann irgendwann Alzheimer bekommst, dann kannst du die jeden Tag gucken, so, Dead of Night, kenn ich, Invasion der, ja, Körperfresser, das ist jetzt hier die 78er Fassung, also nicht das ganz alte Original, also hier mit, äh, Donald Sutherland, Jeff Goldblum und Leonard Nimoy, geiler Film, keine Frage, super Stimmung, super Atmosphäre, herrlich böses Ende auch, ne, der, der war auch ein schönes Rewatch, den nochmal zu gucken, vor der Weile, ich hab da ja ein Video da, irgendwo in der Review, war das mit drin, in den Feedbacks irgendwo, Ring, das Original, ich glaube das Original, ne, ähm, also ich persönlich bevorzuge tatsächlich auch das, die Original-Reihe, aber nicht, ja, ich verteufel auch nicht die Remakes, bei You On, das sieht auch schon anders aus, da kannst du mich mit dem Remakes jagen, da gibt's bei den Remakes, gibt's bei You On, also bei The Grudge, gibt's ein paar Effekt-Shots, die ich ganz gut finde, ja, aber, die Originale sind viel gruseliger, viel atmosphäriger, viel stimmiger, finde ich, während bei Ring, die Remakes, mehr Spaß machen, einfach als Film, die Originale sind nämlich sehr zäh, aber, die Originale haben diese unterkühlte, Trostlosigkeit, und Stimmung, die die Remakes, einfach niemals irgendwie hingekriegt haben, finde ich, man müsste eigentlich, es müsste eigentlich möglich sein, beides irgendwie zu verbinden, die, die Horror-Elemente der Remakes, die wirklich gut funktionieren, teilweise, teilweise, jedenfalls im ersten Teil, das zweite Remake, zum zweiten Teil, ich glaube, da war's schon auch wieder vorbei, mit der supergeilen Stimmung und den Charakteren aus den Originalen, irgendwie, ach, aber ja, so, Pieping Tom, Pieping Tom, weiß ich jetzt nicht, ich guck mal, ich werd ein bisschen müde gerade, aber ist doch gut, ist irgendwie gleich fertig, Pieping Tom, Augen der Angst, nee, ich glaub, das sind mir noch nicht begegnet, als Kind, musste mal, Angst-Experimente, Video, ach so, okay, okay, die gab's nicht auf Video, deswegen, das sind mir auch nicht begegnet, und Fernsehen, weiß ich nicht, ob ich den da vielleicht mal gesehen habe, das kann sein, weiß ich nicht, nee, The Descent, ja, komplett über, komplett overhyped, komplett overhyped, die Reihe, das sind ja nur zwei Teile, ne, hab ich nie verstanden, ich hab das echt nie verstanden, was da an den ollen, hier, hier, Gollum-Vampiren unter der Erde, was da an denen so gruselig und gefährlich sein soll, ja, also, nee, nee, und was hätte man im zweiten Teil noch draus machen können, ja, nee, man macht einfach das gleiche wie im ersten, also, komm, nee, The Devils, kenn ich nicht, Deep Red, ist doch wieder ein Giallo, oder? Ja, Argento, alles klar, weiter, Razorhead, das ist ein Horrorfilm, ah ja, 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 das ist ein David Lynch, Acid Trip, ja, ein filmischer, ich hab den, glaub ich, immer noch irgendwo rumfliegen, oder? Vielleicht soll ich den mal rewatchen, Junge, das ist einfach nur, das ist einfach nur, der Film ist einfach nur, die Verfilmung der drei Buchstaben, WTF, Ende, naja, gut, Repulsion, das ist auch wieder Polanski, genau, Ekel, ne, The Wailing auch, hab ich auch nie verstanden, den Hype um diesen Film, als der auch neu war, endlich wieder ein richtig geiler Horrorfilm aus Asien, hab ich mir, glaub ich, im Stream damals angeguckt, ne, bei meinem Vater, glaub ich, was für ein langweiliger Morx, ja, aber irgendwann muss ich mir auch den mal, nochmal zu Gemüte führen, der ist auf der Lovecraftliste, ja, ja, ich weiß nicht, warum, das weiß ich bei vielen Filmen nicht, ähm, The Sixth Sense, klar, ja, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, wie gesagt, wie bei The Hours, funktioniert der Film für mich nur ein einziges Mal, vielleicht noch ein zweites Mal, aus Kontrollgründen, ja, und weil es natürlich gute Filme sind, klar, aber wenn, die Auflösung hat, dann weißt du halt, was passiert, und das sind Filme, die haben eine Auflösung, die vergisst du einfach nicht, es gibt ja auch Filme, die haben auch einen guten Twist, wo das, wie war denn das nochmal am Ende, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich guck mich jetzt nochmal an, und am Ende, ah, ja, richtig, oh, geil, stimmt ja, dann funktioniert der Film auch nochmal, wenn man das einfach eine halbe Zeit lang vergisst, es gibt sogar Filme, die guckst dir an, und dann kommt am Ende ein Twist, wo du sagst, ach, ach, da ist doch ein Twist drin, ich hab das ganz anders in Erinnerung, das gibt es ja auch, ne, und dann gibt es halt Filme, wie 6 Cents oder Hours, oder bei mir ist es auch noch sowas wie Tod im Spiegel, du weißt ja Auflösung, und die weißt du für immer, so, aber naja, ähm, The Vanishing, muss ich mir, Gone Girl, ne, das kann ja nicht Gone Girl sein, Gone Girl ist ja nicht von 88, ey, hier, da, Spurlo ist verschwunden, irgendwas, irgendwas aus Frankreich, Niederlande, okay, aber es gibt es auf Deutsch, aber nicht in Videoform, okay, es ist halt so, das sind halt keine VHS-Klassiker dann, ne, wenn die erst in DVD und Blu-Ray raus, rauskamen, weiter, Quaidan, kenn ich nicht, Vampyr, kenn ich auch nicht, ja, Rack, Found Footage wieder, ne, im Grunde genommen, Found Footage, Zombie-Geschichte, wenn man es genau nimmt, die ganzen Fortsetzungen, ja, ich weiß nicht, das sind auch Sachen, ich glaub, die guck ich mir auch nie wieder an, Lestia Bulli, kenn ich nicht, Night of the Hunter, ja, die Nacht des Jägers, ähm, das ist doch, der mit den Kindern, oder nicht, die hab ich doch mal bekommen, oder, oder war das jetzt wieder, verwechseln ich jetzt mit irgendwas, wo das Geld, oder, oder Diamanten, weiß ich gar nicht, in einem Teddy versteckt sind, ist das der, dann kenn ich den, wenn das nicht der ist, dann kenn ich den nicht, weiter, Lake Mungo, komplett überbewertet, einer der unheimlichsten, und gruseligsten Filme aller Zeiten, heißt es dann überall, und einer der besten Found-Footage-Filme, das ist eine Fake-Doku, die langweiliger kaum sein könnte, das ist eine Szene, wo sie nachts da irgendwie, mit einer Nachtsichtkamera, an so einem Weg langlatscht, und da kommt, da taucht plötzlich, irgendwie so eine Geisterrolle auf, und das ist dann jetzt so, unglaublich gruselig, nein, nein, ich finde den überhaupt nicht gruselig, den Film, ja, da hinten, da zwischen den Bäumen, da steht eine Person, oh, ist das unheimlich, da steht eine Person, da irgendwo da, oh Gott, oh Gott, oh, ich scheiß mich gleich ein, ja, das sind dann die gleichen, die, die, äh, nächtelang nicht schlafen können, nachdem sie Paranormal Activity gesehen haben, aber naja, gut, The Beyond, was ist denn mit ihm hier los, äh, mit ihr, ist das, ist das Greta? Egal, ich gucke jetzt mal, The Beyond, ist das, ist das, das ist doch dieser, einer von dieser Reihe da, ne, ich mach mal, ich mach mal lieber noch Wörter zu, äh, über dem Jenseits, genau, ist doch 81, oder, warte, ah, was mach ich denn hier, ja, 81, sowas passiert da, okay, der gehört doch zu dieser Reihe da, Apokalypse-Dingsbums, oder was, müsste ich eigentlich mal rewatchen, weil der ist auch auf der Lovecraft-Liste, ne, der Witz ist, hier, diese Fassung, die ihr hier gerade seht, die Blood-Edition, hatte ich mal hier, hab ich verkauft, ungesehen, weil, äh, ist ja wieder nur irgendeine Zombie-Scheiße, ne, Geisterstadt der Zombies, genau, naja, okay, weiter, Pulse, ja, das Original, hab ich leider nie gesehen, ich kenn nur das Remake, den find ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das Remake aber schon gar nicht so schlecht finde, sollte ich mir vielleicht unbedingt mal das Original holen, das ist bis dann ja wahrscheinlich um Galaxien besser, ne, also den, das wäre vielleicht nochmal interessant, mal nachzuholen, so als Fan von Asia Horrorfall, vor allem, ne, ähm, Switchblade Romance, was ist das wieder für ein Quatsch? Hä, das sieht aus wie ein Bild von High-Tension, ah ja, das ist High-Tension, ja, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, ob du behindert bist, hab ich nicht gefragt, weiter, The Witch, oh mein Gott, ja, die Käse- und Weintrinker, Käseesser und Weintrinker wieder, sind wieder am Start, ne, eine isolierte Familie, dessen Mädchen am Ende im Wald umherfliegt, Ende, ich hab's auch hier gerade den ganzen Film erzählt, ja, ne, passiert da nicht, da passiert eigentlich gar nichts in dem Film, Junge, was war das für eine lahme Drecksscheiße, Mann, aber naja, okay, Night of the Demon von 1957, hab ich schon oft dieses Bild, diese Kreatur hab ich schon oft gesehen, auch in gezeichneter Form auf Plakaten und so, den Film dazu hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, das ist wieder so ein Ding, ja, geht mir weg mit Dracula, Frankenstein, dem Rolfmann und der blöden Mumie, ja, gebt mir das hier, sowas, da bin ich dabei, das sind die alten Schmonzetten, damit kriegt ihr mich 100 pro, gibt's hier in Deutsch, neid auf die Dimension zwischen 30 Millionen Filme, die so heißen, oh Gott, oh, die Online Film Datenbank ist wieder mal richtig geil heute, äh, äh, da, ja, der Fluch des Dämonen, was gibt's hier auf Blu-Ray, ich glaub's, ich glaub's ja nicht, die Rache der Galerie des Grauens, oh, ich glaub, das ist doch, ist das nicht eine sehr teure Edition, hier diese Reihe, die Rache der Galerie des, diese Galerie des Grauens, Dinger sind doch alle utopisch teuer, oder? Aber ja, er lief mal auf, auf N3, 79 lief er auf N3, ja, da war ich, da war ich erst 2, da durfte ich noch keine Horror für mich gucken, aber ich hab den Safe noch nicht gesehen, hehehe, ja, okay, äh, The Babadook, ich wusste, dass es noch kommt, ich wusste, dass die Scheiße noch kommt, Junge, ey, ja, ja, okay, der Bengel, der schlägt noch das nervige Gür in, in Hereditary, ne, der Junge, der Bengel schlägt die noch, die ist, der ist noch nerviger, ja, ja, die, die, die Gür da, die macht hier nur immer, das ist voll gruselig, wenn ich, wenn man schnallst, dann ist das ganz gruselig, ja, Alter, naja, okay, komm, ähm, Get Out, hatten wir schon, und, das war's, nee, 28 Days Later, ja, als er neu war, fand ich ihn auch ganz gut, wegen der Stimmung, mit dieser, ja, die komplett, verlassene Stadt eigentlich, ja, ne, und die wenigen Menschen, die noch da sind, sind halt alle wahnsinnig geworden, ja, und ja, das ist kein, das ist kein Zombiefilm, das ist ein infizierten Film, ja, also hier, einige motzen ja über 28 Days Later, äh, das ist ja einer von den Filmen mit rennenden Zombies, nee, das sind keine Zombies, da ist ja sogar eine Szene, wo da einen nur ein Blutstropfen, infiziertes Blut ins Auge getropft bekommt, und wenige Sekunden später, ist er einer von ihnen, also noch mal voller Fitness, klar kann er ja noch rennen, ganz normal, ja, und ja, der ist eigentlich ganz gut, ich muss den mal wieder angucken, ich weiß gar nicht, wie ich den heute finden würde, ganz ehrlich, keine Ahnung, den zweiten Teil braucht meiner Ansicht nach kein Mensch, so, so, da haben wir wieder den Herrn Caligari, ne, ja, habe ich mit Sicherheit auch was von gesehen, mal irgendwann irgendwo, im Fernsehen wahrscheinlich, aber es war dann nicht meins, ähm, Kill Baby Kill, Operatione Paura, Curse of the Dead, Paura ist das dann oder was, Curse of the Dead, warum habe ich hier immer zwei Tabs hier oben auf, ich gucke jetzt mal nach Curse of the Dead, Curse of the Dead, die Toten Augen des Dr. Dracula, ist das der? Oh mein Gott, der ist das, ja, dann kenne ich den nicht, okay, okay, was, die Toten Augen, so sah die Videocassette jetzt so aus, und hier, die Toten Augen des Dr. Dracula, und da, sind auch wieder VHS-Kammer, die mir noch nie begegnet sind, ne, das ist da, äh, ah, kenne ich nicht, okay, weiter, Old Dark House, ja, 1932, Black Christmas, nein, keine der Fassung, weder das Original, noch eines der beschissenen Remakes, es ist auch wieder so ein Slasher-Quark, ey, oh, und dann dieses behinderte Ende, ja, dieser Hype-Kram, ne, gut, okay, wenn für euch das Nonplusultra halt der Slasher-Genre ist, ja, kann ich natürlich nachvollziehen, dass ihr das liebt, versteht mich da nicht falsch, aber meins ist das überhaupt nicht, bei Slasher bin ich so dermaßen raus, noch viel, viel schlimmer als bei Zombie, im Zombie-Bereich gibt es halt auch Filme, die ich mir durchaus noch holen wollen würde, den zweiten Teil von, wie heißt das überhaupt nochmal, Würmwurt zum Beispiel, ne, heißt das Würmwurt? Zwei? Oder ist das anders? Verwechsle ich jetzt mit irgendwas? ist ja auch geil, weiter, Black, Black Sunday, hä? Black Christmas, Black Sunday, das ist der Sonntag nach Weihnachten, ne, ja, keine Ahnung, äh, Hellraiser, ja, ähm, erstmal natürlich eine Ikone, die Geburt an der Ikone, ja, dann Clive Barker, ja, dann, ähm, Dark Bradley, oder wie heißt der, hast du Bradley, was weiß ich nochmal, Dark, doch Bradley, ja, äh, und, die Effekte, der Härtegrad, das war damals auch, was ganz anderes mal, ne, aber, ich kenne halt die Geschichte, und dann weißt du halt, dass es eine hundsviserable Verfilmung einfach ist, alleine die Optik von Pinhead, ja, deswegen, ich habe kein Problem mit dem weiblichen Pinhead, äh, ich habe den Film noch nicht gesehen, der Film kann ja der letzte Scheiß sein, das mag sein, ich habe aber kein Problem damit, dass der von einer Frau gespielt wird, Pinhead hat nämlich kein Geschlecht, in der, in der Buchvorlage, ja, und Pinhead hat auch keine regelmäßig angeordneten Nägel an der Birne, der hat auch kein Gesicht in diesem klassischen Sinne, okay, das ist eine bizarre, verformte, verdrehte, Kreatur, ja, von, von einer der Art, geschlechtslos androgynen Figur, dass du ihm auch kein Geschlecht zuordnen kannst, das geht ja auch nicht um Geschlecht, das ist einfach ein Wesen aus einer anderen Dimension, wieso müssen die Geschlecht haben, ne, kommen wir auch schon dazu, ja, diese ganzen Wesen aus einer anderen Dimension, ohne Geschlecht, die haben wir ja jetzt alle hier am Hals, ne, aber okay, so, weiter, The Fog, ja, geiler Film, großartiger Carpenter, super Atmosphäre, gut gespielt, gut besetzt, das stimmt eigentlich alles, kannst nichts mit falsch machen, wenn du auf atmosphärischem Horror stehst, ich werde ja immer mehr, ich habe ja eine ganze Zeit lang, viele Jahre lang, habe ich da drauf gestartet, Horror muss immer so hart wie möglich sein, bin ich mittlerweile das komplette Gegenteil, gib mir lieber einen Film, der richtig geile Atmosphäre hat, aber trotzdem hohes Erzähltempo, viel Spannung, und dass viel passiert, ja, ich brauche dann aber keine aufgesetzten Splatter-Effekte und möglichst viel Gewalt und das brauche ich alles nicht, wenn die Charaktere und die Atmosphäre stimmen und die Stimmung stimmen und die Spannung da ist, durchgängig, ja, aber naja, so, was haben wir hier noch, It Follows, ja, aber das Gegenteil, das ist, das hier ist die gute Zeit des Horror, das hier ist die schlimmste Zeit des Horror, It Follows, das einzige, was It Follows noch unterbietet, ist Smile, das ist aber fast on par, fast on par, ne, ah, der, der besessene, oder der, der It Follow, Dämon, das It Follow-Ding, steht total episch auf einem Dach und erwartet da die Familie, die nach Hause kommt, da haben wir einen coolen Shot für den Trailer, ne, macht überhaupt keinen Sinn, dass der jetzt auf dem Dach steht, weil wenn die Familie nach Hause kommt, muss er ja erstmal wieder runterkrabbeln und dann hat er eine Tür klingeln, oder was, das ist so behindert, der Film ist so scheiße, ah, wir haben alle Angst vor einer Krabbel-Oma, die kommt ganz langsam angeschnurft, hilf, ich sterbe gleich, Junge, 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 nee, nein, ähm, Ginger Snaps, ja, ich hab, mein Vater hat die Reihe ja abgöttisch geliebt, ja, ich weiß, ich werd damit nicht warm, ich hab die, ich hab die, glaube ich, alle Teile hier, ich müsste die irgendwann mal rewatchen, weil ich mag die Hauptfiguren überhaupt nicht, die sind so dermaßen unsympathisch, die Hauptfiguren in Ginger Snaps, ich versteh nicht, warum alle das so feiern, warum man so eine, so eine unsympathisch, nörgeligen, so, äh, das Lebensscheiße, so, äh, geh dich ritzen, aber spiel nicht in dem Werbeaufilm die Hauptrolle, ey, okay, weiter, ähm, Quiet Place, oh Gott, Spoiler, wartet einfach, dass ich so Feedback habe, mit so, darf ich bitte Feierabend haben? Das ist kein Horrorfilm, das ist ja nicht mal ein Horrorfilm, das ist nicht mal ein Thriller, das ist vielleicht ein Drama, ja, das ist ein richtiges, reines Drama, wie dumm diese Menschen sind da, da überhaupt zu bleiben. Wenn ich, wenn ich wandern gehe, und ich komme auf eine Wiese, wo, wo, weiß angekleidete Menschen mit Blumen im Haar, um einen, um einen, äh, hier, Maikranz tanzen, ja, dann, okay, und dann drehe ich mich um, und dann gehe ich wieder in den Wald zurück, ja, und dann verbringe ich lieber die Nacht mit Beeren und Wildschweinen. Kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich, aber ja, was für eine Gülle dieser Film, ohne Scheiß. Das hier ist filmischer Müll, ganz einfach. Der, der Kern des filmischen Abfalls ist das hier. Inhaltlich, darstellerisch, cringe, bescheuert, mega behindert, total unbefriedigendes Scheißende, keine einzige, auch nur ansatzweise, Identifikationsfigur. Das geht gar nicht, der Film. Das ist einfach eine Katastrophe. Alle feiern das, alle feiern, genau wie The Witch. Alle feiern das. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Hasst mich dafür, es ist mir scheißegal. Ohne Quatsch. Es ist mir vollkommen egal. Das hier ist YouTube. Das hier ist mein Kanal. Das hier ist mein Video. Das hier ist, stellt euch vor, meine Meinung. Und ich kann mit dem ganzen Rotz hier nichts anfangen. Mit sowas wie das hier. Das ist meine Meinung. Ende. Wenn ihr das liebt, ja, schön für euch. Irgendjemand muss das ja kaufen, den Scheiß. Das Problem ist halt eben, wenn viele das kaufen, wird weiter so ein Mist auf den Markt geschissen. Aber naja, ich muss es mir ja nicht angucken. So. Invasion of the Body Snatchers. Ja, das ist jetzt die alte Fassung dann. Habe ich im Fernsehen mal gesehen. Ändere mich aber null. Genau wie, es gibt ja auch hier, ich mag den Film übrigens, ist das nicht auch ein Carpenter? Ich glaube ja, ne? Das Dorf der Verdammten. Weißt du doch, ne? Mit diesen dämonischen Kindern. Und da gibt es auch einen alten Schwarz-Weiß-Film, der heißt Die Dämonischen. Den habe ich auch gesehen. 100%. Ich weiß nicht, ich kann mich noch an einzelne Szenen erinnern, aber filmisch, inhaltlich, wie das endet, weiß ich nicht alles nicht mehr. Die Dämonischen. Und genau so ist es mit Body Snatchers. Ich habe den gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Was noch nicht mehr wieder ausgeht, keine Ahnung. So, Scream. Ja, komm. Ich habe keine Lust mehr. Ja, das ist einfach nur. Also, wenn du einen Slasher suchst, der noch weniger spannend ist und noch weniger unheimlich und dessen Killer noch lächerlicher ist als Michael Myers und Halloween, dann guck Scream. Aber der hat doch das Slasher-Genre wieder mit neuem Blut belebt. Ja, leider sagt man das dem Film nach. Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Okay, weiter. Black Sabbath. Was? Ist das eine Band? Keine Ahnung, den Film dazu habe ich nie gesehen. Ja, ähm, ich gucke jetzt mal. Also, es gibt einen Film, der so heißt. Okay. Ist darauf basierend die Band gegründet worden vielleicht? Oder so als Nameninspiration? Tut mir leid, dass ihr das nicht weißt, aber ich war, ganz muss ich auch an der Stelle mal gestehen, nie der riesengroße Hardcore-Black Sabbath-Fan. Drei Gesichter der Furcht, hä? Was? Da, nee, 89. Das ist ja von 63. Ach, dann ist das eine Episode hiervon, dann kenne ich das ja sogar. Welche Episode ist denn das? Also, ich weiß, dass hier die Episode drin ist mit den Wehrwölfen da, ne, oder was ist das da am Anfang, wo dann der abgehackte Kopf in die Milch fällt, ne? Dann ist da der Wassertropfen, die gruseligste von den Episoden. Das andere ist, ist das nicht da, war da nicht auch die Geschichte drauf mit dem, mit dem, mit dem, Telefonanrufer? Warte mal, was steht denn hier oben? Warte. Wodulak, genau, das ist, das ist dieses Wehrwolf-Ding. Das Telefon, ja, mit dem Telefon, genau. In einem Sturm sitzt hier noch irgendwie und dann will da jemand ins Haus eindringen, irgendwie so. Und dann, was hat, hä? Also, dann heißt der Film insgesamt im Originaltitel Black Sabbath. Ja, dann kenne ich das. Ja, okay. Ja, das ist sehr cool und ich habe es nicht mehr. Es ist weg. Ich weiß nicht, wo es ist. Entweder habe ich das mal irgendwann in geistiger Umnachtung ähnlich wie die Akira Kurosawa-Filme verkauft, weil es alt ist, ich Dulli, ich verkaufe, glaube ich, bald gar nichts mehr. Oder ich, der ist irgendwie abhandengekommen, man kennt das ja. So ein Umzugsfilm, sag ich da jetzt mal zu. Junge, ich habe Hunger, ich muss Abendbrot essen, ich bin jetzt schon drei Stunden überfällig. Alter, jetzt geht gar nicht. Weiter jetzt hier. Äh, ja, Dracula, klar. Ach ja, der gute Christopher Lee. So dann, Candyman. Großartig. Das ist einer von den Filmen, wo ich dann mal den Duktus anbringen kann, der ja unbeliebt ist, im Gegenteil. Ja. Aber da kann ich jetzt wirklich sagen, der ist gut gealtert. Damit meine ich folgendes, um es gleich mal zum Verständnis zu bringen, was ich damit meine. Ich habe den als Slasher in Erinnerung, aber als guten Slasher. Ich habe den schon immer als guten Erinnerung gehabt und da habe ich ihn irgendwann auf Blu-ray bekommen und dann rewatcht und es ist überhaupt kein Slasher. Überhaupt nicht. Das ist ein atmosphärischer Horrorfilm. Fast, ja, eigentlich kann man ja schon fast von Geisterhorror sprechen. Da läuft nicht die ganze Zeit Tony Todd mit dem Haken rum und metzelt rein, mal so Leute ab. Nein. Einmal. Ich glaube, eine Szene gibt es da in diesem Büro da, diesen einen Typen da. Alles andere ist rein auf Psycho-Ebene die Olle und ihre mentale Verbindung zu Candyman und diese düstere Suche nach den Hintergründen und den Spuren und dann auch dieses Finale. Also ein supergeiler Film. Also auf atmosphärischer Ebene ist der absolut top der Film. Der erste Candyman. Großartig, das Ding. Ich müsste mal die Fortsetzung mal wieder. Ich habe die alle da. Gibt es drei, glaube ich, oder waren das nur zwei? Warte, gucke ich mal nach. Wie viele Typen die Candyman gibt es denn eigentlich? Drei. Naja, da habe ich auch alle drei da. Ach ja, es gab ja auch ein Remake. Da bin ich ganz verdrängt. Ja, Finger weg vom Remake. Ganz einfach. Das ist ja eigentlich schon eine goldene Regel. Phantasm. Ja, da haben wir ja das Böse. Phantasm. Ich habe die ersten drei zu VHS-Zeiten gesehen. Den vierten nie und den fünften schon mal gar nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie die dann sind. Und ich habe hier halt irgendwo, ich glaube, drüben in der Kiste so eine Doppelbox mit den ersten Beinen. Aber ich würde mir die tatsächlich ganz mal holen. Gibt es da eine Gesamtbox? Was kostet die? Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. So, dann. Ja, nee. Nee. Die 120 Tage von Sodom ist einfach nur perverser, geistesgestörter Scheiß. Nämlich auch gebrochen, die Scheiße. Ja, die kacken sich da an und so. Das braucht kein Mensch. Ganz einfach. Das hier braucht kein Mensch. Wer das hier feiert, der muss eine gewisse Störung haben, glaube ich. Ohne das Beleidigung zu meinen, sondern so als nicht qualifizierte Ferndiagnose. Ja, so. Da sollte man vielleicht mal zum Onkel Doktor gehen. Das kann sein, ne? Man kann sich da vielleicht noch irgendwie helfen lassen. Weiß ich nicht. So, dann. Session 9. Ach, das ist überraschend. Das ist aber echt überraschend. Wir sind jetzt bei 90. Wie gesagt, ich weiß es hier wieder nicht. Es wird wahrscheinlich immer schlechter. Ja, ein überraschendes Hidden Gem. Auf atmosphärischer Ebene ein absoluter Knaller. Klar, keine Frage. Ja. Aber auch dazu demnächst mehr. In einem anderen Video. The Unknown. The Unknown von 27. Kenn ich wahrscheinlich... Kenn ich nicht. Nee, kenn ich nicht. Dann... Day of the Dead. Klar, die Dawn of the Dead Fortsetzung, ne? Ja, sehr gut. Ganz klar, wenn man Zombie-Filmen mag. Ja, ich weiß nicht, wie die Dinger heute noch funktionieren würden bei mir, weil das Zombie-Thema mich einfach überhaupt nicht mehr reizt. Ich hab die alle noch da, weil, ja, das ist halt Sammlungsding und das behält man halt, weil man die mal wirklich stark fand und vielleicht kommt das ja zurück. Vielleicht kommt da mal wieder so ein Zombie-Hype. Da möchte man natürlich die guten Sachen auch da haben. Klar. Dann gibt man die auch nicht ab, ne? Deswegen, wie gesagt, ich verkaufe nichts mehr, wo ich mir irgendwann sagte, ja, geil, da war cool, der Film. Ja, ich guck das jetzt nicht mehr, ich verkaufe das jetzt. So war das nämlich. So kam das zustande mit Akira Kurosawa und Drei Gesichter der Furcht und hast du nicht gesehen, was noch alles. Ja, äh, irgendwann hab ich dann gesagt, äh, alter Scheiß, bau nicht mehr, weg damit. Ja, hier, auch Dings hier, wiegen die für eine Leiche. Ist auch in dem Zusammenhang weggegangen damals. Deswegen, ich vermute, ich hab die Drei Gesichter der Furcht damals tatsächlich mitverkauft, die Idioten. Um Geld zu kriegen für neue Filme, da hab ich mir irgendeine Trash-Kacke geholt, irgendein Asylum-Mist von dem Geld, keine Ahnung was. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, und das mach ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr tun. Wenn mir ein Film gefällt, dann bleibt der in der Sammlung und Punkt. Ganz einfach. Und wenn ich ihn nicht mehr hier stehen haben will, dann steh ich ihn erst mal in den Keller. Und irgendwann findet man die wieder und fragt, ah, geil, der hab ich ja auch noch, mega, da steh ich ja jetzt da total drauf, guck ich mir das nochmal an. Das ist doch super. So, was haben wir hier als nächstes? Oh, Dead Ringers von Cronenberg. Nee, bin ich raus. Das ist, äh, die, die, wie, 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 wie heißt ich nochmal in Deutsch? Die, 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 guck ich mir auf den deutschen Titel. Warte. Das hätte ich beinahe gesagt, die Verunglückten. Das ist ja Blödsinn. Unzertrennlichen? Ja, die Unzertrennlichen, genau. Äh, was, da gibt's auch ne Serie von, von 23. Was seid ihr eigentlich alle gestört? Jede Scheiße wird in Film oder Serien vorm Remake, oder? Aber ja, ist echt langweilig. Das sind halt Zwillinge und die sind halt Chirurgen und machen dann irgendwelche perversen Sachen. Ich hab, ich weiß gar nicht mehr die Handlung. Weil, Junge, der hat mich nie abgeholt. Nie, ich mag Jeremy Irons, aber der Film hat mich nie abgeholt. Ähm, Braindead? Okay, auch 94. Ja, okay. Ja, sehr, 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 sehr geil. Ähm, der heilige Gral des Funsplatters. Ganz einfach. Es wird niemals einen besseren Funsplatterfilm geben. Es kann keinen anderen besseren Funsplatterfilm geben. Es gibt gute andere Funsplatterfilme, keine Frage. Aber nichts erreicht Braindead. Niemals. Zu keinem Zeitpunkt. Das Einzige, was es davor gab, war Evil Dead. Und für mich hat Braindead ganz klar Evil Dead getoppt. Ist so. Keine Frage. Sehe ich ganz klar. Und ich bin auch froh, ich bin so heilfroh, macht es bitte niemals, dass da kein Franchise draus entstanden ist. Das in sich abgeschlossen, Ende vorbei. Danke. Ja, so. Und, äh, ja. Ja, aber es gibt ja auch Deathgasm. Ja, das Problem bei diesen ganzen anderen guten Funsplatterfilme, oder hier, äh, Evil Aliens, was weiß ich, was es da noch so gibt, ja. Du hast immer Charaktere dabei, die scheiße sind. Irgendwelche Unsympathen, irgendwelche Leute, wo es, ah, geht gar nicht, der Charakter, oder irgendwie sowas. Immer. Immer. Bei Braindead stimmt alles. Für mich stimmt hier alles. Keiner geht mir auf den Sack, wenn, dann, weil er ein Arschloch ist, er soll dir auf den Sack gehen. Hier, Lionel's Onkel zum Beispiel, ne. Kriegt dann aber auch sein Fett, auf richtig gute Weise. Das stimmt für mich alles. So. Ja, Reanimator. Ja, es ist ein sehr guter Horrorfilm. Jeffrey Coombs ist in der Rolle großartig. Ich mag alle drei Teile. Aber, ja, wenn du halt die Geschichte kennst, halt die Vorlage kennst, ja, nee, das hat nichts mit der Vorlage. Nix ist auch wieder falsch. Es geht um einen verrückten, äh, Mad Scientist, Wissenschaftler, der mit einer Spritze Untote erschafft. Oder einen Untoten. Ich glaube, in der Geschichte ist es nur einer, ne? Ich weiß es gar nicht. Oder waren es mehrere? Weiß ich nicht mehr. Müssen wir mal wieder lesen. Ja. Aber, erst mal sieht er komplett anders aus, als hier die von Jeffrey Coombs. Also, sie hätten ihm die Haare bleichen müssen, alleine schon. Ja. Da fängt schon mal an. Ja. Und, ähm, ja, das, was da so abgeht, alles, das sind diese ganze Zombie-Monster-Show, die da teilweise abgeht. Das ist halt Bullshit. Hat nichts mit der Originalvorlage zu tun. Aber, als solche, als Filme sind die großartig. Stuart Gordon hat da schon geile Filme gemacht. Keine Frage. Ähm, Sand Mord. Den kenn ich doch auch. Warte mal, was war er da nochmal? Muss ich jetzt gerade sehen. Hab ich den Stream gesehen? Sand Mord. Sand Mord. War er doch nicht? Doch nicht? Hm. Bin ich jetzt gerade überfragt. Vom, vom Titel her hat da was geklingelt. Also, ich hab den auf jeden Fall nicht in DVD- oder Blu-ray-Fassung gesehen. Also, muss ich den im Stream irgendwo geguckt haben, vielleicht. Oder, oder hab ich den nur in irgendeinem Update gesehen, einfach, und mir den Titel aus irgendeinem Grund gemerkt. Worum geht's da? Steht ja nicht. Toll. Kriegen wir hier irgendwo mal acht Punkte. Ja komm, das lese ich mir jetzt mal kurz rein hier. Sand Mord ist ein verstörendes Charakterdrama mit Horroraspekten, stark religiösen Untertönen, vor allem kritischen und klasse Darstellern. Feinste Bilder in wummernden Bässen. Ich bin raus. Das ist wieder so'n, so'n, hier, so'n, so'n, ähm, Audio, audiovisueller Porn-Scheiß. Style over Substanse wieder mal. Und dann religiöse Themen. Komm, hau ab. Hau ab. Hau ab. God told me to. Weiß ich nicht, kenn ich das? Von 76. Äh, okay. Science Fiction. Gibt's nicht in Deutsch. Okay. Kann man nicht kennen. Äh, The Mist. Ja, auf 98. Okay. Ja, das ist, wenn ich es mal richtig geiler Horrorfilm finde. Ich mein, gut, okay, man muss natürlich damit klarkommen, die Monster sind böse CGI. Ja, aber der Film ist von der Stimmung und von der Atmosphäre her top. Und das Ende, eins der besten und zugleich fiesesten Horrorfilmenden aller Zeiten. Allerdings auch ein bisschen Sixth Sense mäßig, weil hast du es Ende gesehen, kennst du es ja. Den Impact, den es beim ersten Mal hat, den hast du nie wieder. Das ist auch so ein Ding, ja. Aber trotzdem, weil hier passiert so viel und geht so der Punk ab, das macht immer wieder Spaß, um zu gucken, kann ich nicht anders sagen. Und Thomas Jane ist absolut großartig in der Hauptrolle, finde ich. Und hier haben wir auch ein gutes Beispiel für eine Schurkin, die so widerlich ist, wie es auch sein muss. Also ich meckere ja immer über nervige und widerliche Charaktere. Das meine ich aber eigentlich nur in Bezug auf Hauptcharaktere, nicht auf die Schurken. Wenn die schön nervig und widerlich sind und dann auch wirklich ihr Fett wegbekommen, dann feiere ich das ja sogar. Und die alte hier, die religiöse Fanatikerin, die da mitmacht, die junge Alter, hab ich das gefeiert, als die dann ihr Fett bekommt. Aber naja. So, The Invisible Man von 2020, der Unsichtbare von 2020. Wenn überhaupt, dann nehm ich den von Paul Verhoeven. Aber komm. Ja, und danach auch noch das Remake. Ja, ist klar. Ist klar. Das Endmonster muss ja unbedingt ballongroß irgendwie so einen schwabbeligen Pennywise-Kopf haben, damit wir jetzt wissen, ach so, das ist Pennywise in Monsterform. Ich bin nämlich dumm, ich hab das nicht so kapiert. wenn er jetzt nicht da den Clown-Kopf obendrauf gehabt hätte. A hätte ich das denn gar nicht verstanden und C hätte ich keine Actionfigur davon. Ich leg mich am Arsch mit dem Quatsch, ey. Und das mit A und C war jetzt Absicht wegen Dummheit. Ja, komm. Jetzt muss ich schon mal Witze hier erklären. Wir sind fertig. Ach, ist das schön. Ja, ne, die It-Remakes, ich hab den ersten Teil davon da, glaub ich. Ja. Den zweiten nicht, weil ich hab nie Bock gehabt, mir den nachzurüsten. Ja, ich stell den dazu, den ersten Teil dann halt allein, ist auch okay. Und ich bin Team TV-Verfilmung mit Tim Curry. Ja, ganz einfach. Aber naja, selbst das Monster am Ende finde ich dann doch besser. Erstens ist es Handmade, ja, und außerdem sieht's halt monströs aus und hat keine Clowns-Club-Spieler nur obendrauf kleben. Ich glaub, ich glaub, man auf so ne behinderte Idee. Aber ja, gut. So, gut, äh, das war's. Ich, ich habe fertig. Das waren jetzt fast, ja, zweieinhalb Stunden immerhin. Ich mach jetzt Abendbrot. Ne, ich mach mir jetzt Abendbrot. Ja, das gab's mal wieder ein kleines Lebenszeichen von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Seid mir nicht zu böse über mein ganzes Gerente. Ich hab halt eine bescheuerte Filmmeinung. Ich hab halt einen total miesen Filmgeschmack. Ja. Wenn ihr diese ganzen Filme alle toll findet, dann ist das ja super. Ist auch wunderbar. Es ist immer schön, wenn ihr Filme habt, über die ihr euch freut, wenn ihr euch die anguckt und wo ihr wirklich Spaß mit habt, weil das genau das zeigt, was ihr sehen wollt, wenn ihr einen Film schaut. Und wenn das jetzt meinetwegen Midsommar ist, dann ist das doch super. Aber mein Ding ist es halt nicht und ich nehme mir auch das Recht raus, zu sagen, dass ich das scheiße finde. Und wenn ich dann Sprüche raushaue, wie, ich muss mich jetzt, jetzt kommt die abschließende Rechtfertigungsorgie, ne? Wenn ich dann Sprüche raushaue, wie, ja, jemand, der das feiert, der hat für mich einen Schaden. Der ist behindert. Der ist bescheuert. Der ist kein guter Mensch. Oder was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Ja. Das ist dann aber nicht pauschalisierend für die ganze Welt gemeint oder so. Wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann sollte er vielleicht sich selbst überfragen, warum denn überhaupt? Ja. Das ist ja Quatsch. Und abgesehen davon, ernst meinen tut ihr das schon mal gar nicht. Ich kenne die Leute ja nicht, wenn das gucken. Ich kann das ja gar nicht ernst meinen, von daher. Es macht ja gar keinen Sinn, das ernst zu meinen. Ja. Aber wir sind im Internet und da ist ja jede kleine, Schwierigkeit, die du sagst, ein Atombomben-Minenfeld. Von daher. Aber naja. Das weiß ich ja. Das kenne ich ja schon lange. Auf meinem Kanal gab es das ja auch schon immer. Alles gut. Ja, ich kann euch leider noch nichts sagen, was das nächste sein wird, was auf meinem Kanal kommt. Aber vermutlich kommt das nächste Video erst Sonntag. Da kommt dann das neue Feedbacks. Ich musste bis dahin noch Filme schauen. Also ich werde gleich wahrscheinlich schon beim Abendbrot anfangen. Mal gucken. Ist ja gleich neun. Oder ich lade das Video noch hoch und dann fange ich an mit dem ersten Film für heute Abend. Moment mal. Heute schaffe ich die. Morgen dann. So, und das ist dann das. Oh. Moment mal. Heute ist Mittwoch, ne? So, nochmal. Mittwoch, Donnerstag. Ach, guck. Dann kann es ja sogar sein, dass das Samstag schon kommt. Wenn ich gut bin, dann kommt das vielleicht schon am Samstag. Ich weiß es aber noch nicht. Rechnet eher mit Sonntag. Weil dann müsste ich an einem Tag fünf Filme schauen, das ist schon ein bisschen Hardcore. Da muss ich Bock drauf haben. Mal gucken. Wir sehen uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder. Was immer noch sein wird, das werdet ihr dann ja sehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut. Und wie immer sage ich bis zum nächsten Mal. Farewell.